Wenn ich da sozusagen jedes Argument der Gegenseite in aller Ausführlichkeit darstellen würde, es geht gar nicht so. Am Ende muss ich als Journalist eine Linie in die Berichterstattung bringen. Bitte, bitte, du bist! Wir sind auf einen wunderschönen guten Abend. Und zwar sind dies, hier ist wieder das Seitenverkehrtproblem, Dr. Holm Gero-Hümmler, seines Zeichens Dr. Holm Gero-Hümmler, hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Und direkt daneben, meine Damen und Herren, heute in der Mitte, Alexa und Alexander Waschkau. Moin. Du hast es in die Mitte gemacht, das irritiert doch wieder die Menschen. Ich freue mich jetzt schon wieder, warum wir nicht links oben sind. Dafür ist die Lydia heute rechts. Guten Abend. Hello. Hello. Dann haben wir auf, scheiße, da. Dann haben wir da in der linken Ecke und in der Redaktion Sebastian Leber. Schön, dass du wieder da bist. Hi, hallo. Hallöchen. Und ich stelle fest, dass das schwarze Ding, was du vor dir hast, ich dachte, das wäre ein Tisch, aber es ist einfach nur die Unterkante des Bildes, die ich nicht sauber abgeschnitten habe. Das mache ich jetzt schnell. Es sah so ein bisschen sesamstraßenmäßig aus mit dieser Spielkante vor dir. Das verändere ich noch schnell. Und in der, jetzt könnte ich eigentlich sagen, in der Helmut-Schmidt-Ecke, oder? In der Helmut-Schmidt-Ecke, Felix Rohrbeck. Moin, moin. Magst du das auflösen, warum das so heißt, oder ist das zu privat? Ne, das kann ich ruhig erzählen. Also ich war schon immer großer Helmut-Schmidt-Fan und habe auch früher so Helmut-Schmidt-Partys gefeiert, wo es dann ganz viele Zigaretten und Schnupftabak und alles Mögliche gab. Und dann habe ich ja irgendwann bei der Zeit angefangen und da war Helmut-Schmidt auch noch bei der Zeit. Und ich habe sogar auf demselben Flur wie Helmut-Schmidt gearbeitet und er kam da ab und zu mit dem Rollstuhl vorbei und ich habe immer versucht, mal mit ihm ein Wort zu wechseln. Aber das Einzige, was mir gelungen ist, mit Helmut-Schmidt zu reden, war, dass ich mit einem dickeren Kollegen im Flur stand und Helmut-Schmidt kam so vorbei und meinte, ein dicker und ein dünner. Das war alles, was er festgestellt hat. Und seitdem bin ich Helmut-Schmidt-Fan und jetzt haben wir hier so ein kleines Büro, so ein Start-up-Büro und wir haben ein paar Helmut-Schmidt-Preise gewonnen. Das ist ein Journalistenpreis und normalerweise schmeißt man die Preise aber irgendwo in den Keller oder so, weil es auch ein bisschen peinlich ist, sie so posig irgendwo hinzuhängen. Hast du mir auch nicht. Jetzt hier so haben wir eine Ausnahme gemacht mit Helmut-Schmidt und die hängen jetzt hier so im Hintergrund. Und dann haben wir so ein Sofa dazu gekauft, was auch so ein bisschen oldschool aussieht und ab und zu rauche ich auch heimlich, wenn niemand sonst im Büro ist. Ei, ei, ei. Das wissen die aber, oder hast du jetzt was ausgeplaudert? Ne, 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 der eine Kollege sitzt auch im Hintergrund und hört zu, da muss ich mir wahrscheinlich nachher eine Standpauke anhören. Aber ich lüfte danach immer richtig gut. Das soll ja gut helfen. Dann zeig mir gerade einen Fackfinger. So lange nicht brennt und raucht der Finger, ist alles in Ordnung. Okay, na, da haben wir uns ja eine illustre Runde eingeladen. Felix, da du neu bist hier, würde ich gerne das machen, was Moderatoren nur dann machen, wenn sie wirklich beschissen sind. Aber ich bin ja keiner. Also sag doch mal kurz, wer du bist und was du machst und entschuldige dich. Ich entschuldige mich schon mal dafür. Nicht für das, was du machst, sondern dass ich es nicht selber sage. Oh, das war jetzt aber kompliziert. Also ich soll mich selber vorstellen, wolltest du mir damit sagen. Richtig, ne? Also, genau, Felix Rohrbeck, ich bin Journalist, so Wirtschafts- und Investigativjournalist und war jetzt die letzten fünf Jahre bei der ZEIT und habe da so unter anderem den Cum-Ex-Skandal mit aufgedeckt. Und irgendwie nach fünf Jahren hatte ich so ein bisschen das Gefühl, jetzt wird mir langweilig, jetzt ist es immer ein bisschen dasselbe. Und außerdem, wenn man immer nur nachsagt, so was alles blöd läuft in der Wirtschaft und wo alle korrupt sind und so weiter, das war auch ein bisschen ermüdend auf Dauer. Und deswegen habe ich dann ein Start-up gegründet, das heißt Flip. Und wir sagen auch, wie es besser wird in der Wirtschaft. Nicht nur, wir sagen auch, wo es scheiße läuft, aber auch, wo es besser wird. Also ein bisschen so ein konstruktiv-kritischer Ansatz. Das klingt sehr positiv. Bist du da glücklich? Also merkst du das jetzt auch so in deiner, wie sagt man, Lebensqualität, dass du dich nicht nur mit Dingen beschäftigst, die andere Leute verbockt haben und dann den ganzen Tag im Erregungszustand bist? Ja, also es ist so eine Mischung. Also erstmal ist Start-up-Gründen die Hölle, weil man sich plötzlich um tausend Dinge kümmern muss, um die man sich sonst nie kümmern müsste. Das wäre jetzt erstmal wieder negativ. Das ist erstmal negativ, genau. Aber ich komme noch zum Positiven. Aber das Negative ist zum Beispiel, bei der Zeit gab es immer so eine IT-Hotline, über die habe ich mich wahnsinnig aufgeregt. Und weil man hat mal so ein Ticket bekommen, so eigentlich wollte man nur, dass sie ein Problem lösen. Und dann geben sie einem Ticket, alles wahnsinnig kompliziert und so. Aber jetzt, wenn irgendwas kaputt ist, kann ich gar keinen mehr anrufen. Ich muss mich einfach selber drum kümmern, so. Das ist hart. Tatsächlich schon Spaß, so inhaltlich, dass man jetzt nicht immer nur mit, wie soll man sagen, in Anführungsstrichen Arschlöchern zu tun hat, sondern auch Leute trifft, die irgendwie was Cooles auf die Beine stellen. Und das macht schon Spaß, ja. Okay, und das, was du jetzt da machst, dieses Flip, heißt das, gell? Flip, Flip, wie der aus der Biene meiner. Ja. Ist das jetzt tatsächlich, nennt man das jetzt hauptberuflich? Oder musst du quasi noch was nebenbei machen, damit du dir dieses schöne Ding leisten kannst? Oh, ich glaube, jetzt ist der weg. Jetzt bist du wieder da. Bist du nicht weg oder seid ihr weg? Du warst kurz weg. Hast du denn dein Laptop an einem Kabel stecken? Nee, aber eigentlich ist das WLAN immer super hier. Ja, so sieht's aus. Okay. Also ihr hört mich wieder? Ja, aber du verschwindest temporär immer mal wieder und frierst ein. Also ist gut oder ist nicht gut? Nee, ist nicht gut. Also falls du ein Kabel hättest... Ja, nee, hab ich nicht. Dann nimm keins. Also ihr hört mich wieder? Ja, wir hören dich wieder und wir sehen dich auch wieder. Aber es war gerade nicht so richtig gut. Vielleicht stand dein Kollege vor dem Router da nicht. Oder die Tür war zu oder sowas. Das ist ja die Hölle hier gerade. Ah, das haben wir bei dir nicht an. Okay. Nee, sieht nicht gut aus. Wenn man jetzt die IT-Hotline anrufen könnte, das wäre wirklich... Ich hab's mir verbissen. Lieber Felix, kannst du mit deinem Laptop, auch wenn die Helmut-Schmidt-Ecke sehr schön ist, näher an deinen Router ranrutschen? Naja, ich mach das, warte. Ich nehm euch mit. So. Oh, die ist aber echt schön, die Ecke. Die haben wir noch ein paar Awards dahin. Ja, ja, das ist alles voller Awards. So, 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 so. Ich hoffe, ich bin jetzt dicht am Router. Ihr hört mich wieder ab und vermisst die Helmut-Schmidt-Ecke nicht allzu sehr. Doch, schon sehr. Kannst du die Bilder bitte umhängen? Moment, ich ruhe sie ja anders. Ja, pardon, das tut mir leid, dass das Internet gerade weg war. Aber da bist du wieder. Dann lasst uns doch einfach mal grob beginnen. Wir haben uns heute ein Metathema vorgenommen. Nämlich, es geht um Ethik im Journalismus. Und um das Ganze einzuleuten und damit wir alle so ein bisschen warm werden, hören wir jetzt erst mal der Alexa zu. Denn ich habe dich ja darum gebeten und du hast dich riesig gefreut, für uns alle stellvertretend mal zu sagen, was ist denn Ethik? Ja, genau. Und mit dem Zeigefinger und so. Ja, das wäre ganz, ganz wichtig. Aber das können wir, das dauert gar nicht so lange. Das können wir relativ kurz machen. Also wir könnten es auch ausufernd lang machen, tun wir aber nicht. Und besprechen das Ganze am Beispiel Gegensatz, oder nicht Gegensatz, aber Moral im Unterschied zur Ethik. Weil die beiden Begriffe oft synonym gebraucht werden, sind sie aber nicht. Und man kann es relativ einfach beschreiben. Die Ethik ist das Nachdenken über und die Wissenschaft von der Moral. Das heißt also, Moral ist eine Art zu handeln, gut oder böse zu handeln. Was gut oder böse ist, bestimmt ein Gerüst aus Regeln und Werten. Und die Ethik ist sozusagen das Nachdenken über die Begründung dieser Werte, dieser Handlungsanweisungen, dieser Regeln. Und Ethik ist auch etwas, das immer wieder neu verhandelt werden muss. Also diese Regeln, diese Werte, die müssen immer wieder neu angedacht werden, bewertet werden, weil sich solche Dinge ja auch ändern können, so wie sich die Gesellschaft verändert. Das heißt also, das muss unter Umständen immer wieder neu angepasst werden. Aber das heißt, wir hätten heute eigentlich sagen müssen, wir reden über Journalismusmoral und nicht über Ethik? Moral im Journalismus, im Prinzip ja. Weil die Frage, die wir wahrscheinlich stellen, ganz konkret ist, was ist moralisch guter Journalismus oder wie handelt ein moralisch guter Journalist und wie eben im Gegensatz dazu ein moralisch schlechter Journalist oder eine Journalistin. Und die Ethik ist im Prinzip das Gerüst und das, was du sozusagen zur Aufstellung dieses Wertekanons, diese Handlungsanweisungen... Aber muss ich dazu nicht erst einmal mich dazu entschließen, dass Journalisten moralisch zu sein haben? Naja, im Grunde genommen sind wir alle mehr oder weniger Wesen, die moralisch handeln. Die Frage ist halt immer, welche Werte legen wir zugrunde? Das ist eigentlich auch ganz spannend, darüber mal nachzudenken, weil man nennt das ja immer so salopp moralischer Kompass. Sowas kann von außen gespeist werden, zum Beispiel aus einer Philosophie oder der Religion, wie auch immer oder welche auch immer das ist, oder aber aus dem Individuum selber. Das heißt also, du hast selber ein bestimmtes Gerechtigkeitsempfinden oder einen bestimmten Wertekanon, den du deiner Handlung zugrunde legst. Und wenn man jetzt mal diesen berühmten kategorischen Imperativ nimmst, also dieses ganz platt überspitzte, was du nicht willst, dass man dir tut und so weiter, das ist gar nicht so sehr moral, sondern das ist im Prinzip ein ethisches Prüfverfahren, an dem du eben diese moralischen Handlungen messen kannst. Was ganz spannend ist, wenn ich kurz rein darf, Tommy, war, dass ich Sebastian ja das Thema der Sendung so zugeworfen habe und ihn gefragt habe, ob er Zeit hat. Und ich fand das hochinteressant, Sebastian, weil du hast dann relativ schnell gesagt, was meinst du denn genau, was kommt denn so vor? Und hast dann eine relativ lange Liste von Dingen gepostet, die dir bei diesem Stichwort durch den Kopf geschossen sind. Vielleicht willst du das nochmal einmal aufgreifen, was so mit einem echten Journalisten jetzt in dem Fall passiert, wenn man dieses Thema ansticht, was dir so in den Kopf gekommen ist in der Assoziationskette. Also erstmal gibt es den ganz groben Rahmen, dass es eben diese Institutionen gibt für eine Selbstkontrolle, für journalistisches, ethisches Arbeiten. Also das ist dann der Presserat, der einen Pressekodex aufgestellt hat. Das sind dann so ethische Leitlinien, wie wir unsere Berufsziele, nämlich Mitmenschen zu informieren und auch Dinge einzuordnen, Diskussionen anzuregen, wie wir das innerhalb bestimmter ethischer Regeln verbringen. So, das ist das eine. Und das andere ist, dass es eben ganz aktuelle Debatten auch gibt, zum Beispiel die Frage, wie weit darf man sich, soll man sich als Journalist mit einem Thema gemein machen. Da gibt es diesen, wie ich finde, sehr perfiden Vorwurf des Haltungsjournalismus, der gerade jüngeren Journalisten gemacht wird. Ich habe das schon ein paar Mal als Vorwurf gehört und fand es einfach nur aus dem Bauch raus immer blöd, muss ich jetzt einfach mal sagen, ohne mich jetzt mit irgendwas auszukennen oder irgendwas. Ich fand es einfach nur irgendwie bescheuert. Also das ist quasi verkürzt. Es gibt diesen Vorwurf meistens an junge, engagierte Journalisten, sie würden einen Haltungsjournalismus betreiben. Und wenn jemand dieses Wort benutzt, dann ist da Vorsicht angebracht. Zumindest bei mir, dann werde ich hellhörig, weil es wird fast immer nur aus dem Mund von Journalisten benutzt, die selbst seit Jahrzehnten nicht auf die Straße gegangen sind, nicht recherchieren, aber ganz viel Meinung haben und nicht damit klarkommen, dass andere so über eine Realität berichten, die nicht den eigenen bequemen Überzeugungen entspricht, sage ich mal so. Und ich finde, klar müssen Journalisten eine Haltung haben und Werte, die sie leiten, zum Beispiel die Werte des Grundgesetzes oder noch allgemeiner, Menschen töten ist nicht okay oder andere Menschen zu betrügen ist nicht okay oder für Menschenrechte sein oder für Menschenwürde sein, für Fakten, gegen Unwahrheiten, all diese Sachen. Und ein Journalist ohne Haltung, meine Meinung, ein Journalist ohne Haltung, ohne Grundüberzeugung, der kann seiner Aufgabe nicht nachkommen, nämlich Dinge einzuordnen. Also wenn Zeitungen einfach nur ohne Einordnung alles abdrucken würde, was gerade gesagt wird, ist klar, also nicht auswählen, dann erstens wird dann nur das gedrückt, was von dem, der am präsentesten ist, der am meisten und am lautesten ruft, am meisten Geld hat, andere rufen zu lassen. Und es entsteht eben das, wo über ihr auch in unzähligen Folgen ja schon gesprochen habt, nämlich false balance. Also, dass dann keine Einordnung mehr stattfindet, was ein angemissener Kompromiss sein könnte und wo, in welchen Debatten es vielleicht keinen Kompromiss gibt. Also, dass es zwischen Judentöten ja und Judentöten nein, dass da eben der Kompromiss nicht in der Mitte liegt. Und das ist so ein Wort verhindert, also das wäre dann schon eine Abgrenzung zu diesen sogenannten Alternativmedien, also in dem Schwurblerumfeld, da gibt es diverse alternative Journalisten, die genau das nicht machen, dieses Einordnung und keine Haltung haben, die einfach jeden Quatsch sich anhören und dann sagen, ah, interessant. Nee, 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 die haben schon eine Haltung. Also, in den sogenannten Alternativmedien, die haben in aller Regel eine Haltung. Man wundert sich manchmal, dass die es schaffen, dabei nicht loszulachen, aber... Naja, gut, also es gibt natürlich Ideologen, aber es gibt auch welche, die, sagen wir, mit so einer Nivität herangehen, dass sie auch sehr wieder quasi entgegengesetzte, widersprüchliche Meinungen akzeptieren und wo dann eben Merkel Jüdin sein kann, aber zehn Minuten später Chinesin und zehn Minuten später Außerirdische und immer sagt sie sich, ah, ja, interessant. Und Hitlers Tochter, ja. Genau, genau. Also alles Sachen, die ja eigentlich nicht gleichzeitig sein könnten irgendwie. So, das meine ich damit, ja. Klar, die haben eine Agenda natürlich, ja, klar. Felix, das gehört habend, gibt es da etwas, was du... Also, du siehst nicht aus, als würde dir was auf der Zunge liegen. Du siehst aus, würdest du zufrieden zu hören? Ja, ich denke da noch drüber nach, sozusagen. Du denkst noch, oh. Ich will nicht unterbrechen. Ich kann auch schon was dazu sagen, aber ich finde es, also, sozusagen, ich bin ja auch irgendwie, als ich Journalismus studiert habe, da war dieser Satz ganz groß, Journalisten sollen sich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. So, den haben wir, glaube ich, alle mal irgendwie gehört und sozusagen, und das zielt ja sozusagen auf dieses Verständnis von Journalismus, der einfach sehr unabhängig ist, sehr objektiv sozusagen und sich nicht sozusagen als Aktivist für irgendwas versteht. Und ich glaube schon, dass sich da ein bisschen was verschoben hat in letzter Zeit. Also, ich glaube schon, wie soll man sagen, es ist ein, ich sehe es auch so, dass Journalisten eine gewisse Haltung haben dürfen und auch haben sollen. Und trotzdem ist der Grad sozusagen, wann wirst du Aktivist, so, der ist ja, der ist ja sozusagen, wie soll man sagen, schmal, der Grad, wann du ihn übertrittst. Und ich empfinde es zum Beispiel schon so, dass dadurch, dass sehr viele Journalisten auf Twitter sehr aktiv sind und dort ja auch sehr prägnant eine Meinung äußern, schon so, dass man Journalisten, wie soll man sagen, schon mehr einer gewissen Richtung zuordnet, dass man sagt, ach, das ist doch der, der ist immer gegen dies und das oder gegen das Y sozusagen so. Und das war vorher nicht so. Und ich habe dafür gar keine Lösung sozusagen, aber ich glaube schon, dass sich da was verschoben hat und darüber nachzudenken und das ist dann ja eigentlich Ethik sozusagen. Also darüber nachzudenken, es hat sich was verschoben und wie verändert das sozusagen auch die Moral? Das finde ich total spannend. Ja, darf ich da gleich was zu sagen? Oder ist das zu exklusiv? Nein. Also dieses Zitat, was du da gerade genannt hast, von dem Hans-Joachim Friedrichs ist es ja, das ist, wo es so ums Objektivitätsdogma eigentlich geht. Das ist ein Zitat, was seit Jahren entweder kontextlos oder missverstanden wiederholt wird oder einfach böswillig auch missbraucht wird. Das ist also ein Zitat, das hat er gesagt ja in einem Spiegelinterview 1995, kurz vor seinem Tod und das hat er ihm im Nebensatz gesagt. Und eigentlich hat er, und der Kontext davon war, dass er gefragt würde, wie er es schafft, ohne mit den Augen zu zwinkern, tragische Nachrichten in den Tagesthemen zu moderieren, als Moderator. Das war der Kontext. Also Friedrichs, der war ein sehr engagierter Journalist zum Beispiel. In dem selben Interview kannst du es auch nachlesen, dass er seine Werte ganz klar auch zum Ausdruck gebracht hat. Du kannst dir zum Beispiel auch anschauen, das findest du auf YouTube, die Tagesthemen-Sendung vom 9. November 1989, als die Mauer gefallen ist. Die Sendung hat er moderiert. Guck dir das an, dann weißt du Bescheid, dass du diesen Satz nicht, dass du den im Kontext sehen musstest. Also wie dir da, was das für ein Freudenfeuer war, dass die Mauer gefallen ist. Wie über das DDR-Regime zu Recht natürlich dann hergezogen wurde auch. Da war nichts von dem, was man, was jetzt diese Kritiker des Haltungsjournalismus mit Neutralität meinen. Der Mauerfall, das ist ja etwas, wo, sage ich mal, außer irgendwelchen Hardcore-DDR-Fans oder irgendwem im Russland, das ist jetzt nichts, wo man, wie soll ich sagen, da würde man jetzt kaum jemandem vorwerfen, dass er sich gefreut hat. Aber es geht ja eher um so andere Dinge. Also jetzt schreibt zum Beispiel Echo Katzenpfote. Das ist wirklich ein interessanter Alias. Sie schreibt, ich erwarte von einem Journalisten, der den Namen verdient, dass er sich der Wahrheit verpflichtet fühlt. Das ist doch schon eine Haltung. Jetzt kann ich nachvollziehen, was sie damit meint. Jetzt sagen wir, das ist ein Mensch, der berichtet die Wahrheit. Und ein anderer Mensch, dem es jetzt nicht zwangsläufig um Wahrheiten geht, sondern um das Erfüllen seiner Ziele, sage ich mal, irgendein AfD-Dulli oder so, der würde jetzt sagen, was macht der da? Das ist ja Haltungsjournalismus. Der soll jetzt nicht erzählen, dass es einen Klimawandel gibt. Das ist ja politisch. Das scheint mir eher, zumindest in meiner Bubble, das Problem zu sein. Und nicht so sehr, ob sich ein Journalist, jetzt mal ganz banal ausgedrückt, freut. Alexa? Ja, ich zucke bei dem Begriff Wahrheit in dem Zusammenhang. Und ich glaube, in der letzten Journalismus-Sendung haben wir darüber, und wahrscheinlich auch ich, auch gesprochen. Und auch in den Sendungen, wo es eher um Wissenschaft geht, weil ja du in beiden Metiers dich der Wahrheit nur annähern kannst. Das heißt also, die absolute allgemeingültige Wahrheit ist weder im Journalismus noch in der Wissenschaft zu finden. Was du aber findest, sind Fakten. Du kannst natürlich, solltest auch sowohl als Wissenschaftlerin als auch als Journalistin faktenbasiert berichten. Und das schließt aber trotzdem nicht aus, dass du eben auch deine eigenen Werte und Handlungsmaßstäbe damit einfließen lässt, was die natürlich in einem Bericht weniger zu suchen haben als in einem Kommentar natürlich, wo du eben deine Meinung auch ganz klar zum Ausdruck bringen kannst. Kann das, dass sich was verschoben hat, was damit zu tun hat, dass auch sozusagen die Aufgabe von Journalismus sich so ein bisschen verschoben hat, weg von der reinen Informationsübermittlung hin zu einer deutlich stärkeren Einordnungsfunktion, weil die Informationen, wenn ich sie haben will, kann ich mir ja auch selber suchen. Also so ein bisschen das, was in den 90er Jahren schon thematisiert wurde als der Journalist, der mehr zum Informationsnavigator wird und zu dem, der sortiert und nicht zu dem, der Informationen beschaffen muss. Wieso? Unterstreichen, also ganz kurz, weil das ist immer das, warum für mich YouTuber keine Journalisten sind oder Blogger, also erstmal nicht, weil genau das, was du sagst, vor allem, Informationen sammeln, ist das eine, da können wir uns nachher gerne nochmal drüber streiten, aber dieser Einordnungsfaktor ist für mich immer noch so der Unterschied zwischen dem Journalisten in meiner Wahrnehmung und eben einem YouTuber und Blogger, was nicht heißt, dass ein YouTuber kein Journalist sein kann. Ja und YouTuber machen doch eigentlich, also für mich jetzt, nur Einordnung, aber eine ganz private. Dann wäre es ja eine klare Form von kompletten Haltungsjournalismus an der Stelle und damit dann schlechter Journalismus. Du bist natürlich als Blogger oder YouTuber oder Podcaster bist du natürlich zunächst mal komplett unabhängig von einer Redaktion, die dich im Zweifelsfall irgendwo einbremst. Ja. Und Lydia, du hast ja mit Menschen zu tun, die, sag ich mal, mit dem, was wahr ist und was moral ist, ja so, wie soll ich sagen, die haben so eine ganz eigene Definition dessen und dein Job ist es unter anderem, wenn ich dich da richtig verstanden habe, das irgendwie wieder in eine Balance zu bringen, die auch dem Rest der Gesellschaft entspricht. Also da ist apropos passend dazu durchaus insgesamt gut zusammengefasst, aber es ist nicht ganz so einfach, denn es sind ja nicht alle Menschen, die Straftaten begehen ohne eine Gewissensempfindung, wo ich auch bei Alexas Definition darüber nachdachte, es gibt schon in seltenen Fällen Menschen, die recht wenig feste Moralvorstellungen haben außerhalb des Ich tue, was mir nützt und es gibt auch gelegentlich Menschen, die wirklich sagen, ich weiß, dass es Regeln gibt, aber ich fühle mich nicht schlecht dabei, anderen zu schaden und ich bin einfach auf mich konzentriert, aber Menschen in dieser Ausprägung sind halt insgesamt sehr selten und viel interessanter ist eigentlich, dass die meisten Menschen, die Straftaten begehen, durchaus gewisse Instanzen haben, aber mit kognitiven Verzerrungen und diversen Rationalisierungen diese überbrücken können und ich glaube, dieses Überbrücken, das gibt es natürlich, das glaube ich nicht nur, das ist so, auch im Alltag nur auf anderen Leveln bezogen auf andere Sachverhalte, aber wenn Menschen etwas tun, von dem sie eigentlich wissen, das ist vielleicht nach ihrer Moralvorstellung nicht okay, es finden Menschen dennoch Möglichkeiten, diese zu überbrücken, ein Alltagsbeispiel wären Menschen, die sich für eine monogame Beziehung entscheiden und fremdgehen. Dieses Phänomen, sage ich mal, ist häufig und doch finden die Menschen Begründungen für sich, damit leben zu können, obgleich sie sicherlich nicht von sich sagen würden, dass sie jetzt ein schlechter Mensch sind. Das heißt, es gibt natürlich immer, wenn Menschen etwas tun, was in ihrem Gewissenskompass nicht optimal ist, Rechtfertigung und ein anderes Beispiel im Alltag ist, dass wenn Menschen miteinander streit haben, beide Parteien absolut tiefgreifend erklären, warum sie eigentlich nicht das Problem sind, sondern die gegenteilige Partei. Das ist nun mal, warum es Konflikte gibt. Und dementsprechend, denke ich, kann man auch im journalistischen Bereich schauen, ob es halt Mechanismen gibt, die gewissermaßen den Standard, den die meisten oder vielleicht alle doch auf dem Schirm haben, diese Mechanismen zu überbrücken. Und da würde ich die beiden hauptberuflichen Journalisten eigentlich ganz gerne fragen, ob ihr so kognitive Verzerrungen in eurer Branche wahrnehmt, die genutzt werden, um die Standards, die bekannt sind, nicht einzuhalten, sowohl im individuellen als auch vielleicht in bestimmten Medienformaten. Fang du mal an, Felix. Ich überlege auch gerade. Also, ich meine, ich musste gerade daran denken, an diese, ich weiß gar nicht, war das eine Bildjournalisten, ich glaube, die sich da, während sie über die Flutkatastrophe berichtet hat, vorher noch mit Schlamm eingeschmiert hat. RTL war das. RTL. Und da würde ich jetzt nur denken, okay, da weiß man eigentlich in dem Moment, das, was ich da tue, ist falsch. So, das muss sie gewusst haben. Und irgendwie muss da diese kognitive Überbrückung stattgefunden haben. So, würde mich interessieren, wie sie das vor sich selber gerechtfertigt hat. So, ansonsten muss ich sagen, dass ich in dem Bereich, wo ich Journalismus gemacht habe, es eher so empfunden habe, dass sehr viel darüber diskutiert wird, über sozusagen, was machen wir, wie machen wir es, auch wenn man zum Beispiel, sagen wir mal, investigativ recherchiert und man möchte etwas aufdecken und überlegt dann, kann man sich dafür eine falsche Identität zulegen, kann man mit versteckter Kamera drehen, das sind ja wirklich so Graubereiche, wo man wirklich sagen muss, so, das möchte man auch nicht selber, ich möchte auch nicht versteckt gefilmt werden, ich möchte auch nicht aufs Glatteis geführt werden und jemand gibt sich als jemand aus, der eigentlich nicht ist und ich habe das aber eigentlich immer so erlebt, dass Journalisten da schon, wie soll man sagen, sehr viel darüber diskutieren und kontrovers diskutieren, bis sie sich zu einer Entscheidung durchringen, das zu tun. Aber als ihr da diesen Cum-Ex, an diesem Cum-Ex-Skandal euch abgearbeitet habt, dann würde ich jetzt mal einfach unterstellen, da hattet ihr schon das Gefühl, ihr seid die Ritter des Lichts und macht da jetzt was Gutes grundsätzlich, da war doch zu keiner Sekunde das Gefühl, oh, das was wir jetzt da machen, hoffentlich treten wir keinem auf die Füße, hoffentlich tun wir nichts Falsches, Holm schwingt mit dem Kopf, wieso warst du mit auf der Steuer-CD? Nein, ich habe die noch gesagt, Steuer-CD sind ja zwei ziemlich unterschiedliche Dinge, aber grundsätzlich würde ich sagen, und der Felix hat es ja gerade gesagt, also du hast glaube ich gerade, wenn du so investigativ arbeiten willst, hast du immer ethische Fragen mit drin. Aber das große Ganze, denn es ging ja um. Kann ich jetzt, wie gehe ich jetzt mit der Quelle um, kann ich der Quelle einfach so vertrauen, muss ich da nochmal, kann ich die Quelle offenlegen? Ja, ich meine gerade im Umgang sozusagen, also weil du es eben gesagt hast, Tommi, gerade im Umgang mit den Leuten, wo du eigentlich sagst, die stehen auf der anderen Seite, das finde ich doof, was die gemacht haben. Und ich stehe jetzt auf der richtigen Seite, weil ich es aufdecke. Ich finde gerade im Umgang mit denen zeigt sich sozusagen die Moral, so dass man auch darüber nachdenkt, okay, selbst wenn die irgendwas gemacht haben, was ich nicht okay finde und was meinetwegen auch die Gesellschaft nicht okay findet, rechtfertigt das ja nicht alles. Also machen wir mal ein Beispiel sozusagen, wenn wir einen Christian Uliarius, den Chef der Warburg Bank, am Ende mit laufender Kamera konfrontieren. Also wir finden raus, wo hält er sich auf und dann gehen wir dahin. Entschuldige, weil das auch für den Chat wichtig, nicht nur für mich Minderbemittelten. Kannst du das kurz sagen, was da das Problem war, was er gemacht hat? Ja, also das ist der, die Hamburger Warburg Bank ist eine Privatbank, galt immer als sehr renommiert und die hat sich aber im großen Stil an diesen Cum-Ex-Geschäften beteiligt, also hat gesagt, den Staat ausgeplündert und über die Warburg Bank haben wir berichtet und der Inhaber der Warburg Bank, Christian Uliarius, der genau, war halt auch sozusagen, war daran beteiligt sozusagen. Also er war nicht nur der Chef, der den Kopf hinhalten müsste, sondern wer war daran beteiligt. Genau. Okay. Und so und am Ende wollten wir halt den damit konfrontieren und sagen so, warum hast du das gemacht sozusagen und er wollte mit ihm drüber reden. Und wir haben ihn dann, also mein Kollege Christian, der hier neben mir sitzt, sozusagen hat ihn dann auch ausfindig gemacht und ein Mikrofon sozusagen vom Mund gehalten und ihn damit konfrontiert. Das macht man aber erst, wenn man alle anderen Wege ausgeschlossen hat, also es ist ja keine nette Art, jemanden sozusagen mit einer Kamera oder Mikrofon zu überfallen, sozusagen. Deswegen macht man das erst, wenn man alles andere versucht hat. Also das heißt, wir haben ganz offiziell angefragt, wir haben versucht, mit ihm ein Interview zu führen, auf das er sich vorbereiten kann und so weiter. Und das meine ich damit, dass man auch mit diesen Leuten, wo du vielleicht sagst, sie haben was gemacht, was du selber irgendwie nicht gut findest, auch mit denen noch eine gewisse Fairness besitzt, sozusagen im Umgang mit denen. Aber mal abgesehen von der Frage der Fairness, sagt da jemals irgendjemand irgendwas Nützliches in so einer Situation? Wenn Sie überrascht werden, würde ich sagen, eher noch, als wenn Sie sich vorbereiten. Ja, man merkt es, es ist, ja, also man kriegt zum Beispiel, also der wurde irgendwann richtig sauer. So, und man hat wirklich gemerkt, an seiner emotionalen Reaktion, er ist null einsichtig. Also man hat wirklich mitbekommen, der Typ ist nicht der Meinung, dass irgendetwas falsch gemacht hat, der ist einfach irgendwie sauer darüber, dass er sich dafür jetzt rechtfertigen muss und sitzt da immer noch oben auf seiner Wolke, wo er viel Geld verdient mit Geschäften, die doch nicht verboten waren, die doch legal waren, sozusagen. Also man merkt dann schon, man kriegt ein Gefühl dafür, ist das jetzt ein Typ, der vielleicht einen Fehler gemacht hat und sieht das ein und ist vielleicht auch ein bisschen reu-mütig, so, oder ja, sieht er seinen Fehler überhaupt nicht ein? Also da kommen dann schon manchmal erhellende Momente daraus. Okay, also ich hätte jetzt, also ich würde jetzt da eigentlich eher nur die Bloßstellung noch drin sehen, also. Kann man so sehen, so, also deswegen ist es ja auch, also deswegen sage ich ja sozusagen, ist es tatsächlich etwas, wo uns viele Gedanken drüber macht, so. So, aber das gehört halt auch zum Teil der Wahrheit dazu, wenn man, wenn man große Skandale sozusagen an die breite Öffentlichkeit bringen möchte, weil man sagt, das ist wichtig, so, wir wollen eine gesellschaftliche Debatte über Cum-Ex und das war, bevor wir das sozusagen groß gemacht haben, hat das stattgefunden auf Seite 26 der Süddeutschen Zeitung und wenn du die Artikel darüber gelesen hast und jetzt nicht irgendwie Cum-Ex-Experte oder Volkswirt warst oder so, dann hast du überhaupt nicht verstanden, um was es geht, so. Also haben wir gesagt, das kann nicht sein, wir müssen dieses Thema groß machen und wir müssen es so erzählen, dass die Leute es verstehen und dazu gehört dann eben auch, dass man Fernsehen macht und wenn man Fernsehen macht, braucht man am Ende eben auch Bilder, so. Das ist Teil der Wahrheit, so. Und dann kann man drüber diskutieren. Ist es dann legitim? Wenn jemand wirklich grobe Scheiße gebaut hat, egal ob er selber sieht, dass das Scheiße ist oder nicht, würde ich meinem kindlichen Verständnis dieser ganzen Thematik sagen, ja Logo, halt ihm die Kamera ins Gesicht, der hat Scheiße gebaut, dann soll er jetzt mal was dazu sagen. Mir geht es jetzt gar nicht so sehr um die Perspektive dessenjenigen, der da jetzt konfrontiert wird, sondern um meine Perspektive als Zuschauer. Aber wenn ich mir das ansehe, denke ich mir immer, was soll mir das jetzt bringen? Also, naja, schau mal, wir haben auf Twitter, glaube ich, jetzt in den letzten Tagen ein Ding geteilt. Du wahrscheinlich, ich glaube du nicht, aber ich glaube Sebastian, du hattest das auch dann nochmal kopiert. Und zwar ist das das Statement von der, warte, das ist das Statement, ich glaube der Pressesprecherin der Homöopathie irgendwas. Ach ja, die 100 Jahre Fortschritt in der Homöopathie. Ja, genau, genau. Die Sprecherin der Deutschen Gesellschaft für Homöopathie, glaube ich. Meilensteine. Meilensteine. Und ich finde, dass dieser Clip, wo man, also ich meine gut, da war sie ja sozusagen vorbereitet zwei Jahren, offensichtlich ein Termin, man hat sich mit ihr gemeinsam hingesetzt, die hatte jede Zeit der Welt, nehme ich Ahnung, um sich darauf vorzubereiten, sonst hätte sie ihnen ja nicht zugesagt. Und diese Frau schafft es wirklich, sich innerhalb von zwei Minuten völlig zur Wurstnase zu machen, einfach nur dadurch, dass sie das sagt, was sie sagt, wie sie es sagt und dass sie eigentlich gar nichts sagt. Ich muss mir das doch noch angucken. Hast du es noch nicht gesehen? Nein. Felix, weißt du, wovon ich spreche? Nein, nee, ich habe es auch nicht gesehen. Es ist wirklich, es ist, man muss, ich kann es nicht beschreiben, man muss es gesehen haben, also eigentlich ist es so, dass ich glaube, es ist auch ein NDR-Journalist, der fragt sie, was sind denn jetzt seit Hahnemann bis heute, in den letzten, ich glaube, 200 Jahren, die großen Meilensteine der Homöopathie. Und die Frau wird es, er fragt auch immer wieder und er sagt immer wieder, ja, aber was sind denn jetzt, was waren denn jetzt so die großen Momente? Und sie redet... War das angekündigt, oder wollte sie was erzählen über die großen Momente der Homöopathie? Ja, naja, es war schon, also die Situation war, dass man da gedreht hat bei ihr im Büro, also du sagst auch tatsächlich so diese typischen Drehszenen und Schnittbilder, die man macht, das war jetzt nicht, dass sie da reingerauscht sind mit der Kamera. Genau, das meinte ich damit, das ist der Unterschied. Genau, und die Frage, die dann Tommy beschrieb, hat sie dann immer beantwortet mit der Aussage, naja, wir müssen in der Grundlagenforschung weiterkommen, damit wir das mehr erklären können. Und dann hat der Journalist halt immer wieder zurückgeführt und hat immer wieder gesagt, aber was ist denn konkret passiert? So ein Meilenstein in 100 Jahren. Sie hat immer wieder gesagt, es muss weiter geforscht werden, damit wir die Wirkmechanismen verstehen. Das ist hier mal passiert und sie hat auch tatsächlich viermal eigentlich das gleiche Statement benutzt. Und das ist... Ist das jetzt aus eurer Sicht, ist das aus eurer Sicht bloßstellen oder ist das aus eurer Sicht Erkenntnisgewinn? Genau, darauf wollte ich hin. Das ist für mich Erkenntnisgewinn, weil Holm doch gesagt hat, also mir bringt das im Allgemeinen nichts, wenn da jemand jetzt irgendwie konfrontiert ist. Wenn ich für Holm antworten darf, hat es auch für Holm kein Erkenntnisgewinn, weil wir wissen, dass er schon mal ein Steine in der Holopathie gegeben hat. Das sind jetzt für mich zwei unterschiedliche Punkte, die für mich wenig Erkenntnisgewinn bringen, weil wenn ich, ich meine, wenn jemand sagt, okay, ich halte jetzt einen Vortrag über Meilensteine der Homöopathie und dann kommen keine Meilensteine, dann ist es ein Problem. Wenn ich jetzt gefragt würde, was sind denn die Meilensteine der Geschichte der Unternehmensberatung, würde ich auch erst mal dastehen. Na ja, nein, Moment. Also das ist was an... Stopp. Nein, 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 das finde ich nicht. Wenn mich jemand fragen würde, was sind denn die Meilensteine der Physik, dann könnte ich irgendwas runterleiern, was 25 andere Leute schon aufgeschrieben haben. Ich finde, es gibt noch einen anderen Punkt, Holm. Du kannst dann einfach sagen, entschuldigen Sie, das kann ich Ihnen nicht beantworten, das ist gar nicht mein Fachgebiet oder irgend sowas oder du kannst sagen, also ich kann Ihnen jetzt was über Quantenphysik erzählen. Das ist nicht der richtige Blick auf das Thema, also... Ja, aber wenn Sie als Pressesprecherin das gefragt wird und offensichtlich nicht sagt, ich kann Ihnen das nicht beantworten oder Sie hätte ja auch sagen können, in den letzten 200 Jahren mussten wir keine Meilensteine, weil der Meilenstein war das Erfinden der Homöopathie und seitdem ist alles gut. Ich weiß es nicht, aber offensichtlich die ganze Zeit zu versuchen, sich rauszulavieren, also das, was da quasi menschlich passiert ist, das finde ich schon ein Erkenntnisgewinn. So wie Felix gesagt hat, der Typ wurde sauer, weil er gar nicht verstanden hat, was das Problem ist. Das ist für mich ein Erkenntnisgewinn. Ich würde in der Situation sagen, wenn mich jemand konfrontiert, irgendwo, und konfrontiert mich mit irgendwelchen Vorwürfen, die möglicherweise auch noch justiziabel sind, dann ist doch selbstverständlich, dass ich dazu nichts sage. Ja, aber der Punkt ist ja, gleich Felix, vielleicht sagst du auch das Gleiche, der Punkt ist, er hat was dazu gesagt und zwar hat er gesagt, jetzt mal sinngemäß, so wie ich das verstanden habe, ich weiß gar nicht, was die von mir wollen. Und das ist definitiv eine Erkenntnis. Felix? Ich würde aber ganz kurz sagen, er muss da jetzt schon... Leute? Ja. Leute, so geht es nicht. Ich wollte euch nur sozusagen, falls ihr mal in die Situation kommt und tatsächlich von einem Journalisten unangekündigt konfrontiert werdet mit laufender Kamera und Mikrofon, habe ich nur einen Tipp, sagt einfach, macht die Kamera aus. Er muss sie ausmachen. Die Leute denken in dem Moment aber nicht dran. So nach dem Motto filmen. Das ist ein unwahrscheinlich im Fall, dass wir mal bei euch vor der Küche stehen. Okay. So, Lydia, sag. Ich dachte, dass die Sache mit den Spontanreaktionen, das zeigt dir nicht unbedingt immer die reale Einstellung oder Emotion der Person, denn Menschen haben ja für Notfallsituationen unwillkürliche Notfallmechanismen. Und manche Menschen reagieren immer, wenn sie konfrontiert werden, egal ob zu Recht oder zu Unrecht, tendenziell eher dominant aggressiv und andere Menschen vielleicht eher verhalten. Das heißt, es ist nicht zwangsläufig möglich, aus dieser Spontanreaktion einen Schluss auf seine ernsthafte Empfindung oder seine wirkliche Emotion zu ziehen. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Weil das ist ja eine Angriffssituation für eine Person, weil jemand mit der Kamera spontan auf dich zukommt oder dich spontan in eine Situation, die für dich unangenehm ist, bringt. Ist das ja eine subjektive Angriffssituation. Und auf Angriff reagieren Menschen eben sehr unterschiedlich. Mit Abschalten, mit Abwehr oder mit Kampfmodus. Deswegen weiß nicht, ob man da in allen Fällen wirklich eine zugrunde liegende Motivation erkennt. Ich verstehe. Also das heißt, dass ich eigentlich eher da zu oberflächlich drauf schaue und nur sage, haha, guck mal, wie blöd der ist, haha, der ist ja voll ertappt, haha, schau mal, was der für eine Scheiße redet. Und der erkennt, der wirkliche Erkenntnisgewinn dahingestellt ist. Nun ist es aber doch so, dass das Team ja jetzt gerade in dem konkreten Beispiel von Felix mehrfach gesagt hat, wir würden gerne mit ihm sprechen, wir würden sie gerne treffen. Und dieser Mensch nicht reagiert hat. Ich würde auch noch einen anderen Punkt machen wollen. Also ich finde das, also ich würde erst mal total recht geben. Auf einer psychologischen Ebene leuchtet mir das total ein, dass das sozusagen eine Stresssituation ist. Und in Stresssituationen reagiert man anders sozusagen. Und vielleicht ist die Aussagekraft nur beschränkt. Ich als Journalist würde aber noch ein anderes Argument ins Feld führen. Und das ist, wenn jemand sich in großem Maßstab bereichert an der Gesellschaft, er klaut dem Steuerzahler Geld, dann muss er auch damit leben, dass er sein Gesicht dafür hergibt, also dass er gezeigt wird, dass gesagt wird, guck mal hier, der hat das gemacht. Und warum? Weil ich glaube, dass das diese Leute, also dass das eine extrem abschreckende Funktion hat. Die Leute haben genug Geld, das tut denen nicht weh, wenn sie irgendwie, keine Ahnung, ein paar Millionen Strafe zahlen müssen oder was weiß ich. Was denen aber richtig wehtut, ist, wenn sie auf die nächste Dinnerparty gehen und sie werden darauf angesprochen, ich habe doch neulich dein Gesicht im Fernsehen gesehen, das war es doch du, der diese Geschäfte gemacht hat. Und da sage ich schon, das ist auch meine Aufgabe als Journalist, nicht zu sagen, irgendwelche, was weiß ich, Banker, Anwälte und so weiter haben den Staat beraubt, sondern zu sagen, nein, guck mal, der war's. So, das so konkret zu machen, empfinde ich als Teil meiner journalistischen Mission. Was macht denn der Alexander für ein komisches Gesicht und kratzt sich da so im, was, was, was führst du im Schilde? Mich beschäftigen zwei Punkte nochmal, also einmal zu dem gleich, was Felix sagt, sage ich gleich, was das andere nochmal, was Lydia gesagt hat. Natürlich, du hast das eben gerade schön beschrieben, Felix, das war ja alles legal und er sitzt immer noch auf seiner Wolke. Das beschreibt ja auch sehr schön, das, was Lydia gesagt hat. Also selbst, also man stellt sich jetzt so einen Inhaber einer Bank vor, der entweder selber diesen Plan ausbaldobert hat, wie man durch Hin- und Herschieben von Geld Steuern hinterziehen kann und sonst alles schädigt. Oder es gibt jemanden in seiner Bank oder in seinem Umfeld, der gesagt hat, pass mal auf, wollen wir das nicht mal so machen? Und dann wird es ja irgendwann den Moment gegeben haben, wo irgendwer, vielleicht sogar er selber, gesagt hat, naja, so ganz super legal ist das ja nicht, aber, und dann bist du genau an dem Punkt des Abers, wo die kognitive Dissonanz einsetzt und dann sagst du dir, aber gut, das machen ja alle anderen auch. Oder, ist ja erlaubt. Ist ja irgendwie, wenn wir nicht auffliegen und es keiner mitkriegt, dann ist es ja auch kein Verbrechen oder was auch immer diese Argumentation. Und natürlich muss dieses Bild dann auch von der Kamera aufrechterhalten werden. Also auch da würde ich genau mit dem, was Lydia gesagt hat, auch wieder sagen, der wird nicht, also es mag sein, dass es Menschen gibt, die dann in dem Moment, bildlich gesprochen, auf die Knie fallen und sagen, oh Gott, ich habe gesündigt, jetzt wo wir hier sind mit der Kamera, ich gestehe alles. Das passiert ja laufend. Ja, aber das war ja auch, das war bestimmt nicht die Erwartung. Ich überspitze natürlich absichtlich. Aber was mir jetzt gerade so zu denken gegeben hat, und das ist, du hast gesagt, wir wollen das Gesicht zeigen, das sind wir der Gesellschaft im Grunde genommen, wenn ich es paraphrasiere, schuldig, dass die Gesellschaft sozusagen diese, in dem Fall ist es ja auch ein Straftäter, sieht. Und, du hast dann noch gesagt, er soll bei seiner nächsten Cocktailparty... Das weiß man, soweit ich das einschätze, weiß noch nicht, ob das ein Straftäter ist. Aber ein Straftäter ist, wollte ich auch gerade einhaken, er ist nicht verurteilt, also ist er erstmal kein Straftäter. Also er hat etwas nicht getan, was nicht ganz legal ist, sagen wir es so. Genau, also pass mal mit den Begrifflichkeiten auf. Ja, Alexander, führ es mal zu Ende. Genau, du hast dann aber gesagt, bei der nächsten Cocktailparty in Hamburg sollen das schon alle sehen, dass er das gewesen ist. Und da frage ich mich gerade, ist das eine Aufgabe? Weil das ist ja auch eine Art von Urteil, was du als Journalist mit dem Team jetzt getroffen hast. Also natürlich habt ihr das gemacht, nachdem alles klar war, was gelaufen ist. Also die Verbindung dieses Bankchefs war gegeben, es war sauber recherchiert, ihr habt ja lange daran gearbeitet. Also es war jetzt nicht so, dass ich im Nachhinein hätte rausstellen können, hups, da haben wir jetzt den Falsch gemacht. Aber ist das noch die Aufgabe, auch sozusagen diese, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, so eine Art Bestrafung? Ja, eine Bestrafung. Also ich finde... Es hat die Funktion einer Bestrafung in der Art, wie ich das gerade wahrgenommen habe. Weiß nicht, Felix, ob du das meinst, aber... Ich finde total, ich finde, dass das, entschuldige, dass ich das kurz einwerfen möchte, unqualifiziert, ich finde gerade, dass dieses Zwischen, dieser Graustufe zwischen, das ist jetzt einfach etwas, da muss der vor dem Richter und dann bla 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 und das andere etwas wie, das ist einfach nur banal und egal, dass gerade in dieser Graustufe eigentlich ja letztlich nur der Journalismus etwas aufdecken und benennen kann. Wer soll das denn sonst machen? Twitter? Genau, ich fände das in dem Fall auch tatsächlich nachvollziehbar, weil du damit für die Menschen, also für die Bürgerinnen und Bürger, für uns alle etwas greifbar machst, was sonst nicht greifbar wäre. Wie Felix sagte, sonst wäre das so eine gesichtslose Masse, die uns da irgendwie betrügt und der Öffentlichkeit schadet und wir könnten uns nichts weiter darunter vorstellen und ich finde das genaue Gegenbeispiel, wo man sowas eben nicht machen sollte und das werden ja dann meistens auch Leute, die eben mit ihrer Geschäftelmacherei, sei sie illegal, legal oder halblegal, unter sich bleiben wollen. Die wollen ja im Privaten bleiben, die wollen ja irgendwie in der Menge verschwinden und da einfach ihr Ding machen. Auf der anderen Seite hast du Fälle, wo man eben das Gesicht und den Namen, finde ich, absolut raushalten sollte aus der Öffentlichkeit bei Tätern, nämlich bei den Amokläufern, weil da natürlich auch immer die Prämisse ist, die wollen an die Öffentlichkeit, die wollen die Klicks und die wollen die Aufmerksamkeit und dass du dann sagst, das machen wir auf gar keinen Fall mit dieses Spiel, das finde ich dann wiederum konsequent. Und ich will noch den dritten Punkt, den muss ich loswerden und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass wir auch Menschen in der jüngeren Geschichte auch gehabt haben, die dann vorverurteilt worden sind. Also wir haben ja auch in Deutschland noch mal die vermutete Unschuld, solange wie die Schuld nachgewiesen ist in unserem Rechtssystem. Und das ist natürlich auch ein feiner Grad, den man da natürlich gehen muss. Gehen wir davon aus, dass gerade bei der Recherche, die Felix und Kollegen und Kolleginnen gemacht haben, das heißt, wir haben einfach gesagt, dass wir sind auf der Meta-Ebene, nicht Felix, dass du das falsch verstehst, dass wir jetzt in irgendeiner Form das mit der Situation von diesem, wie hieß es ja, Wartburg? Boliarius, die Bank heißt Warburg. Warburg, ja. Mit dem Typen in Verbindung, überhaupt nicht, sondern uns geht es ja immer nur wieder darum, wieder den Schritt zurück zu machen und zu sagen, was ist eigentlich damit, was ist eigentlich damit. Sebastian, du hattest, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber der Sebastian hatte vorhin so leichte Schnappatmung bei irgendwas. Ich wollte nur noch mal nachfragen, ob da was dahinter steckte oder hat sich schon erledigt? Also, wenn ich es richtig verstanden habe, also eigentlich ist es ja klar geregelt, wen man zeigen darf und wen nicht. Privatmenschen darf man nicht zeigen, außer es ist sehr gesellschaftlich relevant und man darf Personen im öffentlichen Leben, von öffentlichen Interessen darf man eben zeigen. Und da richtet sich dann auch so danach, wie die eigene Einschätzung, wie weit man gehen kann, wie man konfrontativ vorgehen kann, wen man möglicherweise bloßstellt. Wenn ich es mit einem Profi zu tun habe, also mit einem Lobbyisten oder Pressesprecher oder Politiker oder Sektenboss oder einem ganz gerissenen Unternehmer oder einem Bankenchef, dann finde ich, bei harte Bandagen, dann ist es rechtlich so, aber auch ethisch für mich sind harte Bandagen auf jeden Fall angebracht. Und das Gegenbeispiel ist eben, also das andere Extrem ist eben, wenn jemand, und ich hoffe, darüber werden wir gleich auch reden, weil das ist, glaube ich, ein ganz großes Feld, wo es ganz viele Probleme gibt im Journalismus, wenn Privatpersonen in die Öffentlichkeit gezerrt werden. Dann, die vielleicht sogar schützenswert sind oder vielleicht sogar irgendwie hilflos sind, ob das Gewaltopfer ist oder Obdachloser oder Suchtkranke oder nur ein Privatmensch, der einfach noch nie Umgang mit Medien hatte. Und denke, da muss dann der Journalist dann auf jegliche harte Bandagen verzichten, sondern im Gegenteil sogar noch teilweise für ihn mitdenken und sich auch dafür verantwortlich fühlen und im Zweifel auch Material oder Zitate nicht verwenden, wenn man eigentlich weiß, das wird er später bereuen, wenn das so in der Zeitung steht, was ihm selber gar nicht klar ist. Was ist denn eine Person öffentlichen Interesse? Gibt es so eine Definition, fragt Hobbit der Große. Was war das für ein Geräusch? Das war das vielsagende Geräusch. In der Pause der Suche, ich finde übrigens diese, also Felix, nicht, dass du es falsch verstehst, als Mensch, der unglaublich viel Steuern zahlen muss, fand ich das eine sehr schöne Angelegenheit, dass Menschen, die sich da versuchen, durchs System zu drücken, identifiziert und losgestellt werden, jetzt nicht schlimm. Also ich finde übrigens den Aspekt der persönlichen Bloßstellung jetzt in dem Fall überhaupt nicht als Vorverurteilung, weil wenn jemand im Vorstand oder Geschäftsführer oder Eigentümer eines großen Unternehmens ist, dann ist diese Person selbstverständlich repräsentativ für das, was dieses Unternehmen macht, an der Öffentlichkeit. Das ist Teil des Jobs. Also eine Vorverurteilung könnte da höchstens im Inhalt vorliegen, aber nicht darin, dass ich jetzt sage, das ist der Verantwortliche der Warburg-Bank. Also das ist eine ganz normale Information und das ist für den Teil des Berufsrisikos. Okay, dann lass uns mal hinüberschwenken. Der ist insofern definitiv eine Person des öffentlichen Lebens, sobald es um die Warburg-Bank geht. Also wem soll ich denn sonst dazu filmen? Felix, noch eine Frage zu stellen, ganz kurz. Wie viel von dem, was wir hier gerade so wild diskutiert haben, habt ihr diskutiert, bevor ihr mit dem Kamerateam losgegangen seid? Gar nichts davon oder sind das so alles Punkte gewidmet? Also das würde mich nämlich mal interessieren. Also total viel davon haben wir diskutiert. Also manchmal geht das so weit, also wir versuchen uns tatsächlich immer sehr in den Gegner hineinzufühlen. Aber das heißt Gegner ist ein blödes Wort sozusagen. Also in den Betroffenen hineinzufühlen. Das heißt, wir haben mit Christian, der hier in dem Ansatz, ich kann ihn auch einmal hier, dass ihr ihn auch mal seht, der sitzt hier gerade da, arbeitet weiter. Das ging sehr schnell, aber gut. War kurz, sorry. Hatte ich noch einmal kurz gezeigt, weil ich gerade, jetzt winkt er noch mal richtig da. Hallo. Also zum Beispiel, wir sind da mal in ein Haus nach Spanien gefahren und wollten da über das alles, was wir recherchiert hatten, aufschreiben und haben da Diskussionen über Cum-Ex geführt und Christian kann perfekt die Argumentation der Cum-Ex-Steuerräuber einnehmen sozusagen. Und ich bin da echt, also mit ihm dann zu diskutieren, wenn er quasi den Gegenpart spielt, so. Die können schon sehr gut begründen sozusagen, warum sie das sozusagen, wie soll man sagen, für sich legitim empfunden haben. Und da macht man wirklich einen Prozess durch und da macht man es sich nicht einfach und ich glaube, das ist gerade was, was man, also diesen ganzen Prozess durchlaufen, sich die Argumente der Gegenseite wirklich anhören und auch darüber nachdenken, okay, keine Ahnung, haben die nicht vielleicht einen Punkt und dann ganz am Ende, wenn du alles recherchiert hast, dann ist, glaube ich, eine Haltung schon angemessen, weil ich kann ein Cum-Ex, wie soll man sagen, es ist so ein wahnsinnig komplexes Potpourri, wenn ich da sozusagen jedes Argument der Gegenseite in aller Ausführlichkeit darstellen würde, es geht gar nicht, so. Am Ende muss ich als Journalist eine Linie in die Berichterstattung bringen, so. Und das kriegt man dann gar nicht mit, dass wir da ewig lange darüber diskutiert haben, ob die nicht vielleicht auch einen Punkt haben, so. Aber wir haben es getan, so. Und haben es uns nicht einfach gemacht. Finde ich sehr beeindruckend. Lydia, hattest du bei deinem, bei der Nennung meines Namens nur vor mich darauf hinzuweisen, dass der Felix was sagen will oder wolltest du was sagen? Ich wollte noch was ergänzen, nämlich hatte ich ja vorhin gefragt, auch Alexander hatte das ja gefragt, ob Felix, du das als eine Bestrafung empfindest mit allen Implikationen des Wortes Bestrafung. Ja, nee, also nee, also kriege ich, also ich als Journalist empfinde das nicht als meine Aufgabe, Leute zu bestrafen. So, das empfinde ich nicht als meine Aufgabe. Ich möchte sie nicht bestrafen, sozusagen, aber ich glaube, dass wenn die sich sozusagen für, nehmen wir das Beispiel Christian Oliarius sehr breit in die Öffentlichkeit stellen, weil sie zum Beispiel Theater fördern, weil sie sich quasi als Philanthrop inszenieren. Und auf der anderen Seite haben sie im großen Stil den Staat beraubt. So, dann müssen sie aus meiner Sicht auch damit leben, dass das auch mit ihrem Gesicht verbunden wird. Und das empfinde ich nicht als ich bestrafe die, sozusagen, sondern ich zeige, dass es da einen Zusammenhang gibt. Der Wahrsager-Check schreibt gerade, fundierte Information ist keine Bestrafung. Genau. So sieht man so. Wobei wir dann wieder an dem Punkt werden, der Frage, ob zum Beispiel die Konfrontationssituation jetzt einen informativen Mehrwert hatte, der für die Darstellung des Gesamtzusammenhangs so relevant ist oder ob es dann doch um die Funktion geht, die Person eben in ihrer Verantwortung herauszustellen, weil du ja die Sache mit der Cocktailparty auch genannt hast, um zu sagen, dass du vielleicht ja ein bisschen auch hoffst, dass andere Menschen abgeschreckt würden dadurch, also dass sie sich nicht der Verantwortung entziehen können, indem sie versuchen, sich in so einer Anonymität zu verstecken, wenn sie solche Entscheidungen treffen. Habe ich so verstanden, dass du da ein bisschen auch so eine Art pädagogischen Wert erhoffst zu erreichen, oder? Das ist nicht sozusagen mein Hauptziel als Journalist. Als Hauptziel ist es sozusagen, und ich glaube auch, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, dass das, wie soll man sagen, über den Unterschied zwischen Journalisten, YouTubern und so weiter. Ich glaube, der ist gar nicht klar zu ziehen, aber ich glaube, etwas, was Journalisten wirklich besser können als Leute, die es nicht gelernt haben, ist recherchieren. Meinung ist einfacher, sozusagen, aber recherchieren sozusagen so aufwendig, das kann nicht jeder, hat auch nicht jeder die Möglichkeiten geführt. Deswegen ist es mein erstes Interesse, zu sagen, wie es war, die Fakten auf den Tisch zu legen. Und dann ist es auch mein Interesse, das so zu erzählen, dass die Leute es verstehen. So, das ist mein Hauptinteresse. Und wenn das dazu führt, dass Herr Olearius auf der nächsten Cocktailparty angesprochen wird und ihm das nicht gefällt, dann sage ich mal, so habe ich kein Mitleid. So, das nehme ich in Kauf. So würde ich es ausdrücken. Ich für euch darf das einfach richtig gut finden, weil ich denke, gerade wenn jemand sich so inszeniert, wie du das beschrieben hast, als großer Gönner und Menschenfreund, dann würde mein innerer Moralkompass sagen, ja, das finde ich jetzt völlig in Ordnung. Ich bin aber auch kein Journalist. Gott, bin ich kein Journalist. Und das zeigt aber auch, wie viele Ebenen in allein so einem Sachverhalt drinstecken und die alle abzuwägen, da muss ich sagen, chapeau, das ist ja die große Herausforderung eures Jobs tatsächlich. Also, wow. Ich finde es auch total interessant, also weil sozusagen ich gerade nochmal drüber nachgedacht habe und du ja auch drüber geredet hast, wie die Leute es vor sich selbst rechtfertigen. Und ich fand es da zum Beispiel total interessant, dass Christian Uliarius und die Warburg Bank haben im Gegensatz zu ganz vielen anderen Banken, haben sie nie gesagt, das war ein Fehler und wir zahlen das Geld zurück. Und ich glaube, das wäre schlauer gewesen. Das wäre schlauer gewesen für den Ruf der Warburg Bank und so weiter. Und ich glaube, sie haben es nicht getan, weil damit dieses Konstrukt zusammenbrechen würde. Ich habe ja nichts Falsches gemacht, sozusagen. Das müsste man dann ja einräumen. Und ich glaube, das haben sie auf einer psychologischen Ebene nicht hinbekommen und haben sich das Leben deswegen schwerer gemacht, als sie es hätten machen müssen. Interessanter Aspekt. Entschuldigung. Bitte, Holm. Es ist jetzt mehr so eine wirtschaftsperspektivische Sache, aber waren die anderen Banken eher Kapitalgesellschaften mit einer größeren Eigentümerstruktur dahinter? Ja. Ja. Tatsächlich werden da dann vielleicht weniger, wie soll man sagen, da gibt es dann vielleicht, keine Ahnung, eine Abteilung Kommunikation, die sagt, kommt das mal lieber ein sozusagen. Und bei einer Privatbank Warburg entscheidet am Ende der Inhaber. Sebastian, warst du schon mal in einer moralischen, in einer Situation, wo du quasi nicht sagen konntest, was jetzt noch richtig und was falsch ist? Jemals? Also im Journalismusbereich meine ich jetzt. Oft? Oft, ja. Und dann kann man sich nur Rat von Kollegen holen. Okay. Im Familienfreundeskreis vorgesetzt. Also ich glaube, da muss man wirklich dann auf den Schwarm setzen und Nacht drüber schlafen ist auch ganz wichtig. Und dann passiert auch häufig, dass man dann zum Beispiel Geschichten nicht bringt, Geschichten dann Leute vor sich selber schützen will und dann einfach Geschichten in Müller mal tut. Ja. Klar. Und hast du da auch schon mal das Gegenteil gemacht und bereut? Du kannst auch lügen jetzt. Das ist völlig egal. Insgesamt glaube ich, bin ich zu vorsichtig, bin ich dann eher ein ängstlicher Typ und habe dann so zu viele Angst vor Gewissensbissen und ja, also bin ich glaube ich eher so defensiv. Also eher, dass ich dann im Nachhinein denke, ah, es wäre schon eine geile Geschichte gewesen. Da hättest du eigentlich härter vorgehen können. So. Ja. Ja, dann auch ein Fehler, ne? Das weiß ich nicht. Ich kann das überhaupt nicht beurteilen. Also ich möchte mal zwischendurch mal einwerfen. Ich finde das unfassbar beeindruckend, was ihr macht und wie viel da jetzt noch dahinter steckt. Denn natürlich habe ich mir da, ganz ehrlich, habe mir da keine Gedanken gemacht darüber. Und das jetzt auch noch, Felix, das du auch noch erzählst, ihr habt Rollenspiele gemacht und einer nimmt dann die Gegenseite ein. Und das beeindruckt mich wirklich maßlos. Also... Macht auch Spaß. Also macht auch Spaß. Das wiederum beeindruckt mich dann weniger. Aber... Also, das finde ich wirklich, das finde ich wirklich beachtenswert. Und ich stelle mir gerade vor, wie das dann so bei der Bild-Zeitung abläuft. Und ich kriege kein Bild vor Augen, komischerweise. Ja, also... Seltsam. Ja, bitte. Ich glaube, da wird auch viel diskutiert. Ich glaube, da ist nur die Perspektive und der Fokus und der Wert, der letztlich entscheidet, ist vielleicht ein bisschen anderer. Ja. Und es gibt auch ein Korrektiv, eine ganz mächtige Triebfeder für eigenes ethisches Verhalten der Journalisten. Und das ist die Scham. Die Scham vor Kollegen, auch vor der Konkurrenz. Und das ist, soweit ich es beurteilen kann, im Boulevard teilweise ein bisschen anders. Dass man da eher Druck erfährt, mehr Privates zum Beispiel über und rauszukriegen, als es bei uns eins wäre. Und auch mehr Schulterklopfen kriegt, wenn man mit einem Trick dann über Leichen geht, sage ich mal. Kennt ihr das Wort über Witwen schütteln? Kennt ihr das? Was? Was? Ja, Witwen schütteln. Kann ich vielleicht mal kurz erklären. Also das ist so ein Boulevard-Ding. Das Witwen schütteln. Also ihr habt ja auch schon am Anfang angesprochen. Es passiert ja immer wieder, dass der Boulevard dann zum Beispiel Fotos von minderjährigen Gewaltopfern bringt. Oder dass er Namen nennt, wo es nicht nötig wäre. Oder wir sind jetzt ganz weit weg von dem Bankenmann. Also private Opfer. Oder dass sie Fotos von minderjährigen Tätern bringt, die sich dann hinterher als unschuldig herausstellen. Oder von sogenannten Familiendramen. Also Femiziden, wo gewalttäter Frauen umbringen. Und da gibt es schon sehr viele unethische Tricks. Gerade unter Polizeireportern. Und das heißt Witwen schütteln. Also das ist im Journalismus die Bezeichnung für die Aufgabe nach Verkehrsunfällen, Katastrophen, Gewaltverbrechen, so die Angehörigen der Opfer aufzusuchen und sie zum Sprechen zu bringen. Und das ist teilweise dann schon sehr niederträchtig. Und manche machen das mit Geld. Und andere überrumpeln die Angehörigen. Oder verschleiern ihre Absichten. Oder Leute, die dann irgendwie falsches Mitgefühl heucheln. Und dann gibt es eben ganz so Tricks, die schon so an Betrugsversuche grenzen. Wollt ihr sowas hören? Ja, natürlich wollen wir das hören. Wir freuen uns da nicht unbedingt drüber, aber wir wollen es hören. Ja, also zum Beispiel so ein Ding ist von Polizeireportern, dass sie dann zum Beispiel zur Familie des Opfers fahren und dann klingeln oder klopfen, ja, und an der Tür klopfen und sagen, aufmachen, Polizeireporter, ja, und das Reporter dann so hinterher schlabbern, dass sie darauf setzen, dass das Gegenüber einen für einen Polizisten hält. Oder sagen, hallo, ich komme von der Polizei und damit suggerieren, dass man selbst Polizist ist, aber eigentlich nur gesagt hat, dass man gerade eben noch auf dem Polizeirevier war. Ich komme von der Polizei, weil ich gerade dort war? Genau, genau. Die fahren dann auch tatsächlich. Ich komme gerade vom Edeka. Genau, genau, ich komme von der Polizei. Also das kann man so oder so deuten. Und das sind natürlich alles superschäbige Suggestivmethoden, die bestimmt nicht von allen Boulevardleuten, aber tendenziell man da eher vorfindet. Und würde sowas rauskommen in einer seriösen Zeitung, dann würde ich mich eben vor Kollegen, vor Chefs, vor allem wahnsinnig schämen und dann wäre ein Imageschaden da, weil ich dann auch die Marke quasi besudelt hätte. Und soweit ich das mitbekomme, ist das in manchen Boulevardvirtualsationen eher so, dass man unter Kollegen dann auf die Schulter geklopft kriegt. So, hast du gut gemacht. In der Drucksituation viel rausgeholt. Wir haben die Geschichte und andere haben sie nicht. Boah. Wie geht's? Too much? Nein, nein, natürlich nicht. Ich meine, dafür unter anderem gibt es dieses Format, aber ich muss ja einfach mal kurz betroffen so ins Aufschauen. Dann frage ich kurz den Sebastian. Und zwar könntest du oder könntet ihr beide, Felix und Sebastian, mal skizzieren, nach welcher Logik eine journalistisch tätige Person in ihrem Berufsweg entscheidet, eher in diese oder jene Richtung vielleicht zu gehen? Gibt es da Erfahrungswerte von euch? Sind die alle blöd? Nein, ich meine, warum macht man sowas? Der Boulevard zahlt an vielen Stellen erst mal besser. Das ist immer das, was mir Leute erzählt haben, die schreiben wollten. Ja, schon, aber man, also ich kenne ja jetzt berufsbedingt natürlich einige Leute, die genau diesen Bereich unter anderem bei Bild und Co. abgedeckt haben. Und da hatte ich durchaus das Gefühl, bei den meisten, die fanden das eigentlich ganz geil. Also ich kann nur aus meinem Reinriechen in den Journalismus in den 90er Jahren erzählen, dass da die Bild zumindest mal als eine sehr gute Referenz im Lebenslauf galt. Also wo es hieß, die Leute können schreiben, die können auf den Punkt schreiben. Also ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu schwarz-weiß gemalt. Ich habe jetzt also von Techniken bestimmter Menschen als Polizeireporter gesprochen. Das haben wir schon richtig verstanden. Ich sage nicht, dass alle Bild-Zeitungsmitglieder verkommene Charaktere sind. Ich kenne Leute, bin mit denen befreundet und die sind genauso rechtschaffen, haben genauso ein gewisses Tun. Die schämen sich, wenn Quatsch in der Zeitung steht. Also ich vermute mal, dass man in seinem konkreten Arbeitsumfeld neu sozialisiert wird. Und sich dann da, ich kann es nicht technologisch erklären, aber dann mit der Zeit da reinwächst und dann Werte vermittelt bekommt, oder? Also ich kann das total nachvollziehen. Ich kenne ja auch Kollegen und Kolleginnen, die für Fernsehformate gearbeitet haben, die man durchaus als Hort der Niedertracht bezeichnen würde, wo es wirklich darum ging, Menschen vorzuführen, wo es nur darum, also das ist einfach der Appeal dieser Sendungen, diese niedere Befriedigung. Guck mal, wie scheiße es bei denen ist. Gott, sind die blöd. Gott, sind die ekelhaft. Schauen wir, wie dreckig es da ist und so weiter. Und eines ist durchaus zu beobachten. Entweder die Leute sagen irgendwann, ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Oder sie sind wirklich so extrem gut und ziehen irgendeine Art von Befriedigung auch da raus, dass sie richtig gut sind und dass das Letzte rausholen und die ekelhaftesten Bilder präsentiert haben und gesagt haben, das war der Hammer. Und dann ist der so zusammengebrochen und dann war das so ekelhaft und die Katze hat draufgeschissen. Also, ich habe beides schon gesehen und ein nicht unbeträchtlicher Teil auch von Leuten, die bei mir gearbeitet haben, kam, also in meiner Firma Bumfilm, kam immer mal wieder mit solchen Geschichten, dass sie gesagt haben, weißt du, ehrlich gesagt, habe ich dann gesagt, dann arbeite ich quasi jetzt lieber bei dir für weniger Geld, als dass ich das in meinem ganzen Leben noch einmal mache. Nicht, dass wir jetzt die großartigste Firma der Welt werden, die wir natürlich sind, sondern einfach nur als Statement, fand ich das schon sehr bemerkenswert. Ich will da nie wieder hin. Ich will das nie wieder machen. Und auch Menschen, die durchaus auch das Gefühl hatten, sie haben sich da, boah, wie erkläre ich das? Das klingt total übertrieben, aber die das Gefühl hatten, sie waren beschmutzt dadurch, dass sie das gemacht haben. Und irgendwie, das ist jetzt die Interpretation von mir, eine Gelegenheit, um die Karma-Punkte wieder wettzumachen, garantiert wahrgenommen hätten. Also ich glaube, das ist so ein bisschen, es ist immer ein Zusammenspiel von Kontextfaktoren und der Person, die in dem Kontext dann agiert. Also letztlich glaube ich schon, dass du im Boulevard natürlich mehr Kontextfaktoren hast, die so ein Verhalten bestärken und dass jemand, der den Impuls hat, so zu agieren, in einer anderen Redaktion sich das entweder gar nicht trauen würde oder damit scheitern würde. Aber es gehören halt immer zwei Sachen dazu. Und ich glaube schon, dass du auch, also es gibt ja Leute, die sehr großen Respekt vor gutem Boulevardjournalismus haben. Also ich würde ihn jetzt trotzdem nicht konsumieren, weil er mich einfach nicht interessiert. Aber ich habe schon des Öfteren gehört, wir bräuchten einfach besseren Boulevard. Ja. Aber das ist genau das, was du sagst. Es gibt ja noch eine dritte Komponente, nämlich den Kunden, den Rezipienten. Es ist ja durchaus so, dass die Fernsendungen, die du beschrieben hast, Tommy, geschaut werden. Es ändert sich gerade ein bisschen, das muss man auch sagen, angenehmerweise. Aber was ändert sich? Ja, 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 tatsächlich. Was genau? Diese Schmuddel-Fernsehgeschichten sind nicht mehr so der Hit, wie sie es noch vor fünf Jahren waren. Außerdem hat sich die öffentliche Wahrnehmung tatsächlich ein Stück gedreht, unter anderem durchaus durch die sozialen Medien. Zuletzt diese große Geschichte von dem einen Sternchen, der sich da gewehrt hat und gesagt hat, das, was da passiert ist bei dem Dreh, wie da mit Kindern umgegangen wurde, das fand ich ekelhaft. Und da gab es mehrere solche Fälle und das hat tatsächlich einen Effekt gehabt. Und es ist in den Quoten durchaus sichtbar bei manchen dieser Formate. Und was eigentlich viel wichtiger ist, die Fernsehsender, also die Redaktionen, sind durchaus vorsichtiger, wenn es um solche Formate geht. Das wären sie vor fünf, sechs Jahren noch nicht gewesen. Aber da tut sich schon, zumindest in Deutschland, anscheinend gerade was. Ob das Gehalt hat, kann ich dir nicht sagen, aber es ist eindeutig, dass in meiner Fernsehbubble da irgendwas passiert und das ist nicht alleine dadurch passiert, dass Leute keinen Bock mehr hatten, das zu gucken, sondern das hat mit Social Media und durchaus auch mit den Medien, also mit dem Journalismus zu tun. Das finde ich super. Das ist etwas, das könnte ein Richter gar nicht, ein Richter kann ja nicht, vielleicht sage ich jetzt, nee, ein Richter kann nicht moralisch aufgrund seiner Moral entscheiden, sondern nur aufgrund der Fakten. Und da finde ich, da hat der Journalismus tatsächlich eine Aufgabe, die er wahrzunehmen hat, um solche Dinge, die jetzt nicht unbedingt etwas sind, wo man jemanden direkt verklagen müsste, aber an den Pranger zu stellen, klingt schon wieder ekelhaft, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Missstände aufzudecken. Missstände aufzudecken. Vielen herzlichen Dank, Herr Waschgau. Genau. Ich glaube ja auch, was ich ganz interessant finde, dass manchmal auch Journalisten selber das Korrektiv sein können, wenn etwas falsch läuft. Also wie du, Tommy, gerade erzählt hast, wenn die jetzt bei dir anklopfen, weißt du, und sagen, das, was ich wo auch immer gemacht habe, du hast es besudelt genannt, habe ich mich gefühlt so, ich möchte das nicht mehr, ich möchte da nicht arbeiten so. Und dann komme ich lieber zu dir und werde vielleicht ein bisschen schlechter bezahlt, aber... Ein bisschen ist gut. Viel schlechter. Weiner, bitte. Ich würde ja bitte nur sagen, dass ich das auch so wahrnehme, dass zum Beispiel, also Clickbaiting ist, glaube ich, im Journalismus auch ein großes Thema. Es gibt viele Redaktionen, die müssen halt irgendwie, oder müssen nicht, aber machen es so, weil es kommerziell sozusagen Sinn macht, irgendwie Artikel so zu schreiben, dass sie halt geklickt werden. So, das ist ja die Währung. So, da kenne ich viele junge Kollegen, die fühlen sich damit einfach nicht wohl. Die kommen mit einem Verständnis und sagen, nee, wir wollen über relevante Sachen berichten und dann müssen sie irgendwie Clickbaiting-Artikel machen, alles so zuspitzen, dass es halt irgendwie per Überschrift funktioniert. Wo ist da die Grenze? Ja, die Grenze ist fließend, natürlich immer. Ja, ich will auch eine knackige Überschrift machen. So, aber sozusagen, wenn die nur noch darauf aus ist, sozusagen, Hauptsache, man klickt drauf und was danach kommt, hat gar nichts mehr damit zu tun, weißt du, du musst nur draufklicken. Und dann ist es halt absurd. Also mein Punkt war sozusagen, ich glaube, es gibt durchaus Medien, die merken, gute Journalisten wollen nicht mehr zu uns. Das kann zu einem Umdenken sorgen. Mir glaube ich wirklich. Okay. Dass das ein Punkt ist so. Und wenn Bild irgendwann Probleme hat, gute Investigativreporter zu bekommen, weil die sagen, ja, bei euch kann man tolle Recherchen machen, aber das, was ihr sonst so macht, finde ich zum Kotzen so. Ich will für euch nicht arbeiten. Dann hat Bild auch irgendwann ein Problem. Also will nur sagen sozusagen, man diskutiert ja immer sozusagen im Großen drüber, was kann der Einzelne innerhalb einer Organisation und so überhaupt bewirken. Und ich glaube schon, dass man da auch als einzelner Journalist einen Unterschied machen kann. Man kann aber auch als Leser einen großen Unterschied machen, indem man die Blätter, wo man der Meinung ist, dass das ein Hort der Niedertracht ist, nicht unterstützt. Nur ist es ja so, also nicht nur jetzt die What's-the-fuck-Bild-Zeitung, sondern auch diese ganzen komischen Boulevardblättchen, das Goldene Blatt und wie sie alle heißen, erfreuen sich zu mir, das scheint es mir so, weil sie im Supermarkt immer noch stehen, unfassbar großer Beliebtheit. Und da stellt sich jetzt die Frage, finde ich, gibt man jetzt den Menschen, die das lesen, das nicht mehr, weil das böse ist? Oder sagt man, naja, die wollen das halt? Also es hat diverse große Privatsender, deren Namen ich nicht sage, die RTL heißen, haben das ja gesagt, in der Vergangenheit wohlgemerkt. Die Leute wollen das ja haben. Also warum soll ich jetzt jemand sein, der ihnen das verbietet, wenn sie das sehen wollen? Und solange es nicht verboten ist. Aber wie geht man damit um? Ich würde es nie kaufen. Und der Alexander hat völlig zu Recht vorhin auf die LeserInnen hingewiesen. Die gibt es aber. Ja. Sagen wir jetzt denen, ihr dürft es nicht mehr lesen. Wäre ich dafür, aber... Ich würde hier wieder den Vergleich jetzt in dem Fall mal zur Esoterik ziehen und sagen, vielleicht ist auch das Mars entscheidend. Du kannst den Leuten ja auch ihre Tarotkarten und Pendel nicht von heute auf morgen verbieten. Du kannst ihn das nicht komplett wegnehmen. Und vielleicht muss man da einfach einen Weg finden. Wir machen das oder versuchen das mit ein bisschen Aufklärung, wie man sowas ein bisschen verbessern kann einfach. Und ich denke die ganze Zeit jetzt parallel über die Frage nach, wie ein besserer Boulevardjournalismus aussehen könnte. Ich finde es wahnsinnig spannend, sich das zu überlegen, was passieren müsste damit. Also dieser Funken Sensationslust, der glaube ich echt in uns allen steckt. Also in mir auf jeden Fall definitiv. Ich lese einfach gerne spannende Sachen. Sorry. Wie man das sozusagen den Menschen sozusagen weiterlassen kann, aber trotzdem da vielleicht andere moralische Maßstäbe anlegen kann und das dann eben mitvermitteln kann unter Umständen sogar. Ich würde noch mal auf einen anderen Punkt kommen wollen bei dem Thema. Man kann als Leser was machen. Also ich glaube, ein ganz wichtiges Thema ist auch irgendwo Feedback. Ich denke, dass sich dem keine Redaktion am Ende entziehen kann. Wenn ich den Eindruck habe, dass ein Medium, das ich normalerweise gerne lese, irgendwo einen scheiß Job gemacht hat bei der Recherche oder bei der Aufarbeitung, dann schreibe ich denen das und ich versuche es möglichst nicht in die Kommentarspalten zu schreiben, sondern wenn ich irgendwie die Chance kriege, das an die Redaktion zu schicken, wo es nicht noch 100 andere Leute mitlesen und das Ganze dann in irgendeinem Wust von Empörung untergeht, sondern wo es hoffentlich jemand in Ruhe liest und sich Gedanken macht. Wobei der in Anführungsstrichen Shitstorm natürlich auch nicht zu Recht gefürchtet ist. Ja, aber ich glaube, der wird in manchen Fällen, also Punkt eins, Kommentarspalten werden bei den größeren Medien überwiegend automatisiert, moderiert, weil das gar kein Mensch mehr schaffen kann. Nein, das glaube ich auch nicht. Also ich weiß es definitiv von einer großen österreichischen Tageszeitung, dass da die Kommentare wirklich, also da gibt es ein automatisiertes System, dass die Kommentare durchgeht und nur die, die bei denen aus diesem automatisierten System heraus oder durch Beschwerden von anderen Lesern zu vermuten ist, dass die problematisch sind. Nur die werden überhaupt von einem Menschen generiert. Na gut, aber das ist ja eine Vorauswahl, die man deswegen treffen muss, weil vielleicht die Menge so groß ist. Weil es so viele sind. Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Sebastian, aber du hast ein Sebastianeskes Gesicht gemacht gerade. Erklär dich. Wie geht das Sebastianeske Musik? Das Sebastianeske Gesicht, das war, ich kann dich noch nicht gut genug nachmachen, vielleicht beim nächsten Mal. Alles klar. Ne, genau. Also ich glaube, dann meinen wir das gleiche, Holm, also es gibt, es mag technische Hilfestellung geben, aber es gibt auf jeden Fall Leute, die dann hinter da sitzen und wegklicken und ganz viel Mist aushalten müssen. Also mein Kollege, da ging es gestern um das Nena-Konzert, der musste 2000 Kommentare freischalten, beziehungsweise nicht freischalten, weil da so viel Hätze dann dabei war. Aber ich wollte auch sagen, dass das Feedback ist auf jeden Fall etwas, was dazu führt, wo ich denke, dass der Journalismus es eher damit bergauf geht mit dem Journalismus. Also es wird ja viel, hört man ja oft in der Medienkritik, früher war es besser, früher, wenn mehr Geld war, da war auch die Qualität besser und ich glaube eigentlich, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, dass einfach heute viel mehr Schweinereien im Journalismus aufgedeckt werden und das liegt zum einen am Internet und an der Globalisierung, an Feedbackmöglichkeiten, am Webster Null, also User Generated Content, sodass Leute, Kritiker mit ihrer Kritik viel eher wahrgenommen werden und es ist leichter fällt, sich lautstark zu empören so. Genau und. Also das heißt bergauf, inhaltlich bergauf, weil finanziell bergauf kann man jetzt. Entschuldigung, genau, ich meine nur inhaltlich und zwar sowohl jetzt, was ethisches Verhalten angeht, als auch was handwerklich schlechtes Verhalten angeht. Das war jetzt ein bisschen vage ausgedrückt, aber zum Beispiel vor 20, 30 Jahren, da gab es noch Journalisten, die dann einfach als US-Korrespondent in Washington saßen und dann aus den New York Times abgeschrieben haben, das als ihre Artikel ausgegeben haben, weil niemand konnte es überprüfen. Und heute fällt man damit sofort auf die Füße. Nicht sofort, aber man fällt damit auf die Füße. Oder habt ihr vielleicht noch im Hinterkopf, ich glaube, das war 2010, oder 2011, als so ein Neon-Journalist aufgeflogen ist, weil er hatte Interviews mit Stars erfunden. Erfunden, genau. Und das ist rausgekommen, weil ein, ich glaube, er hatte ein Interview mit Beyoncé Knowles geführt, behauptet, das getan zu haben, über Butterpreise. Und das war so kurios, dass ein US-Blogger darüber geschrieben hat und das wiederum hat dann das Management von Beyoncé Knowles mitbekommen, hat gesagt, den Namen kenne ich nicht, Butterpreis, kommt komisch vor und sich dann bei Neon gemeldet. Und so ist es rausgekommen. Und ich glaube, über diese Vernetzung und das Zusammenrücken der Informationsgesellschaft und dann durch die Globalisierung ist, glaube ich, viel, viel, ja, es ist viel leichter geworden, schlechten Journalismus dann auch als solchen zu entlarven. In den 80er Jahren wäre sowas nicht rausgekommen. Das finde ich total interessant, die Sichtweise, weil ich grundsätzlich natürlich erstmal davon ausgegangen bin, dass das jetzt alles viel furchtbarer ist und Social Media ist der Teufel und es nervt alles so sehr und es ist so furchtbar. Und wir kriegen ja jetzt zumindest jetzt hier in unserer Ferngespräch-Bubble eher so, kriegt man eher so das Gefühl, ja, dass der Wissenschaftsjournalismus zusammengekürzt wird und nicht mehr richtig recherchiert wird und es ist kein Geld mehr da und die Redaktionen werden immer kleiner und so weiter und so fort. Und du bist jetzt ehrlich gesagt der Erste, würde ich mal sagen, der sagt, dass das blöde Internet hier einen Vorteil hat als Korrektiv oder eher Social Media Möglichkeiten. Naja, also natürlich, es gibt natürlich auch das schlimme Bubble-Verhalten von diesen Schwirbelkreisen, das ist auch durch das Internet größer geworden natürlich, aber hier ist es ein großer Vorteil im Segen, würde ich sagen, weil mit journalistischer Arbeit ist es wie, genauso wie mit Doktorarbeiten von Politikern durch das Internet, werden sie einfach überprüfbarer, wird die Arbeit kritisierbarer, der Journalist muss sich verantworten und ich finde, das ist eine ganz tolle Entwicklung. Felix, du hast das so ein bisschen kritisch, du hast mich zumindest verstanden. Vielleicht ist das aber auch sein Default-Ausdruck. Nein, 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 kritisch, die Aussagejournalisten sind ja auch auf Twitter und greifbarer geworden. Ist es aber im Umkehrschluss vielleicht auch so, dass du als Journalist durch die sozialen Netzwerke noch leichter an den Bürgerinnen und Bürgern dran sein kannst und auch reinhorchen kannst, um zu schauen, wo ist das Thema oder ist es dann wiederum nur so ein Teil der Gesellschaft, weil all das, was wir jetzt gerade besprochen haben, ist ja, ich vergesse das nicht, ich stelle die Frage am Ende nochmal, weil ich noch einen anderen Punkt gerade machen wollte. Jetzt sind wir gerade dabei, selbstregulativ, Internet, Rückmeldungen, da tut sich ganz viel Globalisierung. Ich habe mir mal parallel, weil diese Grafik mich jedes Mal fertig macht, wenn ich sie aufmache, kann man relativ schnell finden, es gibt den Presserat und wenn man richtig viel Scheiße baut, dann gibt es eine Rüge des Presserates und die Generation, sage ich mal, meiner Schwiegereltern, die sagen dann immer, wenn so irgendwas ganz Schlimmes passiert in der großen Boulevardzeitung, das muss man doch mal dem Presserat melden. Und wenn man sich jetzt diese Statistik hier anschaut, dann stellt man fest, dass die große Deutsche Tageszeitung mit vier Buchstaben seit 1986 219 Rügen des Presserates bekommen hat. Letztes Jahr. Bestand September 2020. Die Zeitung existiert immer noch und sie haben jetzt gerade wieder eine völlig unappetitliche Headline im Netz stehen. und danach kommt die Berliner Zeitung als Zweite mit 21 Rügen seit 1986. Was für ein Vorsprung. Ja, es ist unfassbar. Das war doch klar. Ja, aber nein, also ich hätte jetzt auch bei 70 oder 80 noch gedacht. Ich hätte vielleicht eine andere Boulevardzeitung auf Platz 2 vermutet, aber ja, du weißt wieder alles so viel. Der Express hat geschmeidige 15, mein Lieber. Der hat was nicht in Relation, weil dann bist du schon bei 11 bei der Taz am Ende. Das sind die vorletzten in dieser Statistik. Also was ich nur sagen will ist, ich glaube, hier verschiebt sich ja auch in der Gesellschaft dann wiederum was. Also die ältere Generation sagt, ich schreibe jetzt dem Presserat einen Brief und dann gehen die an ihre elektronischen Schreibmaschine. Ich überspitze natürlich, sie schreiben heute auch schon eine E-Mail und sagen, bitte hier, gucken Sie sich das an, das geht ja nicht und dann gibt es auch eine Rüge. Gefühlt für mich passiert aber nichts, aber umgedreht so ein Shitstorm im Netz bewegt wiederum mehr und ich muss ganz kurz was sagen zum Presserat? Ja, darfst du gerne, ich muss kurz einwerfen, was hier im Chat steht. Kaneda Adamis schreibt, wenn ihr schon über Bild redet, ladet doch Julian Reichelt in den Stream ein. Hier mein Statement, lieber fress ich Glas. So, jetzt Sebastian. Okay, also mit dem Presserat. Ich finde ja auch eigentlich, ich finde es super, dass es den gibt, aber das Problem ist eben, dass er eine zahnlose Institution ist letztlich, denn es ist ja eine freiwillige Selbstkontrolle, aber es gibt leider keine Sanktionsmöglichkeit. Also für Verlage, die sich verpflichten, wie die Bild-Zeitung, die verpflichten sich, Rügen abzudrucken. Also es gibt ja drei mögliche Arten, einen Verstöße gegen den Pressekodex so zu artikulieren. Der Presserat kann Hinweise ausbrechen, Missbilligungen und das Stärkste sind die Rügen. Und diese Rügen haben alle, die da mitmachen, schriftlich versprochen, dass sie die dann auch abdrucken. Die Bild-Zeitung macht das einfach nicht. Seit zwei Jahren, mittlerweile seit 2019, druckt sie nicht mehr in der Zeitung die Rügen ab und der Presserat hat keine Möglichkeit, da irgendwas zu unternehmen. Oder der, ich glaube, es ist der Bauer Verlag zum Beispiel, der hat das erst gar nicht unterzeichnet. Das ist ja einfach. Ja, was du so, gerade ein Hauptproblem ist ja auch Trennung von Anzeigen und redaktionellem Inhalt, die dann nicht, die Trennung, die nicht klar ist so. Und da ist der Bauer Verlag auch ziemlich gut dabei, dass sie dann eben, dass man das manchmal nicht erkennen kann, ob das ein Artikel ist oder eine Anzeige. Und es gibt keine Sanktionsmöglichkeit, weil die einfach die entsprechende, diese entsprechende Bereitschaft nicht unterschrieben haben, dass sie dann noch Rügen abtrocknen. Naja gut, ich glaube aber trotzdem, also jetzt in dem Fall, was so, das ist ja eher eine Verlagssache, ob man jetzt klar Wert darauf legt, die Anzeigen entsprechend vom redaktionellen Content zu ändern. Aber ich sage mal, wenn es eine Rüge ist, die sich gegen einen einzelnen, gegen die Arbeit eines einzelnen Journalisten richtet, ich glaube, das ist in vielen Verlagen für den schon eine ziemlich üble Geschichte. Und das bei Springer möglicherweise nicht so der Fall ist. Genau, dann kommt wieder das Schamgefühl davor, was da möglicherweise fehlt, weil auch wenn man sich anguckt, zum Beispiel dieses Jahr gab es, ich habe heute nochmal nachgeschaut, es gab bisher dieses Jahr 32 Rügen vom Presserat. Die tragen alle drei Monate, das ist ein Beschwerdeausschuss. Und von den 32 waren also 15 auf die Bild-Zeitung oder 14 plus einmal Computerbild, also 15. Und wenn man sich die aber genau anguckt, dann sind das bei der Bild-Zeitung meistens, geht es nicht um, dass ein Journalist falsch recherchiert hat oder wahrheitswidrig was berichtet hat, sondern da geht es tatsächlich um die Verletzung von Persönlichkeitsrechten in dem Fall. Und das ist da eben systematisch. Also die Bild-Zeitung argumentiert dann auch, jeweils mit dem Argument von ganz oben, die sagen dann, das gesellschaftliche Interesse ist so stark, dass in dem Fall das Privatrecht des Einzelnen zurückstehen muss, auch das Recht des Opfers eines Gewaltverbrechens. Und deswegen glaube ich, findet diesen Moment, dass es dann irgendwie peinlich ist, wirkt da nicht, weil es einfach von oben gedeckelt wird. Ich habe lustigerweise nur eins, also wirklich einen Fall gefunden, wo jemand, wirklich einen Journalist, brutalen Quatsch geschrieben hat dieses Jahr. Und zwar, da war das die In-Touch, kennt ihr das? Das ist so ein... Ja, so ein Bravo in noch schlechter. Für ältere Menschen, glaube ich. Und die haben also getitelt, es gab auch eine Rüge dieses Jahr, die haben getitelt, Daniel Kübelböck lebt, jetzt kommt alles raus. Ach, In-Touch ist nicht In-Style, okay. Ja, In-Touch, ja. Daniel Kübelböck lebt, jetzt kommt alles raus. Und in dem Artikel ging es dann darum, dass er juristisch noch nicht für tot erklärt wurde, aber die Überschrift signalisiert ja was anderes und genau, das ist vielleicht was Teinliches. Ekelhaft. Aber das habe ich ja bei Google News auch. Also ich habe kürzlich, das war vor ein paar Monaten irgendwie Wendler, irgendwas mit dem Wendler oder hier Michael Wendler mit seiner Frau, er hat eine neue, ja, und ich habe dann ich wusste, klick nicht drauf, ich habe draufgeklicken, weil ich es wissen wollte und ich glaube, das war dann so, es ging irgendwie darum, dass sie sich eine neue Küchenmaschine gefressen haben. Also auf diesem Level, auf diesem Level war, weil das Klick-Fating. Stopp, nein, nein. Also der Text war, Foto Michael Wendler mit seiner Frau oder große, große, große Aufregung im Hause Wendler, er hat eine neue, so nach dem Motto, ich kann es nicht ganz rekonstruieren und inhaltlich bewegt mir es auf dem Level einer neuen Küchenmaschine. Sorry, aber das hat schon was von Postel. Ja, aber das ist tatsächlich etwas, was ich bei Google News dann drin gehabt habe, mal irgendwann, das war auch nicht die Bild-Zeitung. Bist du sicher, das ernst gemeint? Ja. Das ist halt Klick-Fating, aber ich sage mal, ich würde sagen, das ist jetzt Klick-Fating der unterhaltsamen Arzt. Aber das zeigt halt so den Irrsinn und seitdem klicke ich natürlich nicht mehr auf solche Überschriften, aber die kriege ich tatsächlich natürlich angezeigt in meinem Abbringator. Aber das fällt dir immer ein, während sie schon deinen Arm über die Maus und dann erzähle die Geschichte dann selber und manchmal gucke ich, ob die richtig verrichtet wird. Ich scheitere auch regelmäßig damit und versage trotz allen guten Vorsätzen. Ich wollte nur ganz kurz noch nicht kurieren, ich weiß nicht, ob ich eben was falsch gesagt habe. Also dieser Großverlag, der die Selbstverpflichtungserklärung nicht abgibt, der es einfach sabotiert, ist der Bauer Verlag. Hat es du gesagt. Hat es du gesagt, ja. Aber ich meine, das ist ja auch bei diesen lustigen Zeitschriften, die alle gleich aussehen, bei diesen Boulevardzeitschriften so, dass du da eine Überschrift hast und du blätterst das Ding auf und stellst dann fest im lustigsten Fall. Da steht nichts drin. Da steht gar nichts. Das ist eine Überschrift, die als Vermutung formuliert ist, als Frage und drin steht dann jetzt im einfachsten Fall Ne. Ist sie schwanger? Ist sie schwanger? Ja, aber das Ne ist halt dann irgendwie so fünf Absätze und drei Fotos lang. Oh, das wäre lustig. Einmal so, ach ja, Böhmermann hat sowas ja gemacht, oder? Der macht das ja. Gibt es die noch? Gibt es die noch? Diese Parodie von dem Ding? Es war eine Ausgabe und die hat sich 300.000 Mal verkauft. Also sie musste nachgedruckt werden. Ja, war sehr gut, war die. Freizeitrevue Royale. Indie DS9 schreibt, warum fühlen sich Leser nicht verarscht von solchen Überschriften? Alexander. Fühltest du dich verarscht oder hast du dir nur gedacht, ich bin Vollidiot? Ich habe eine groß angelegte Studie gemacht mit 4.000 Leserinnen der Goldenen Revue und kann, natürlich, das ist natürlich eine Frage, die man so schnell nicht beantworten kann, aber zum einen sind das ja sehr treue Käufer, also wenn wir jetzt wirklich diese Boulevardmagazine nehmen, denen geht es darum, dass sie unterhalten werden und ich glaube, sie sind dann treu, sie haben gar nicht die Erwartung, dass da was Spannendes dran steht und es gibt so ein bisschen Conversation von älteren Damen am Coffee-Table. Also ich mache jetzt, ich überspitze natürlich ganz, ganz furchtbar, aber dafür sind ja die Zeitungen im Grunde genommen gemacht, also dass man sich dann trifft oder beim Friseur sitzt und sich dann darüber austauscht, ob jetzt Helene Fischer mit, ich habe keine Ahnung, wenn die Szene noch so existent ist, jetzt eine neue Beziehung hat und vielleicht dann doch schwanger ist oder ob sie sich jetzt ihre Wohnung in Hamburg verkauft hat oder nicht, das gibt ja so ein gewisses Smalltalk-Anreiz und ich könnte mir vorstellen, dass das, wenn du sonst nicht mehr so viele Anreize in deinem eigenen Leben hast, wenn du nicht mehr viel erlebst, gerade auch im höheren Lebensalter, da wird deine Welt ja auch ein bisschen kleiner, dass das ein Grund sein kann, warum du das kaufst und das sind dann ja in diesem Zeitpunkt, das muss man ja auch nochmal sagen, es sind ja irgendwie alle Promis und das Komische ist ja irgendwie, ich habe immer so den Eindruck, aber vielleicht täusche ich mich da auch, dass da bei manchen Lesern und Leserinnen vielleicht auch die Häme eine Freude ist, weil das ja oft reiche, schöne, erfolgreiche Leute sind und die, die dann aber auch Probleme haben und wo es scheiße läuft und wo man dann sagen kann, ja, guck mal hier, aber vielleicht habe ich da auch gar nicht recht. Aber es ist doch oft eher sowas wie, hier zeigen sie ihr Liebesglück, hier zeigen sie ihr neues Heim oder was soll ich sagen. Da hast du recht. Darker schreibt, wenn man richtig Spaß haben will, das finde ich jetzt seltsam, schreibt er, nimm ein Bauerblatt von drei Wochen und schau, was nicht geschwärzt wurde. Entschuldigung, was meint er denn damit? Geschwärzt? Werden die nachträglich geschwärzt? Oder wie? Also in den Online-Ausgaben müssen die nachträglich geschwärzt werden. Ah, okay. Ah, jetzt, ah, okay, tatsächlich. Ja, ich glaube, der Punkt, den Alexander eben gemacht hat, der ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, dass für viele Leser diese Prominenten, die da berichtet, abgehandelt werden, dass das wirklich soziale Figuren aus dem eigenen Umfeld so gefühlt sind, die einem was bedeuten und dann fiebert man mit denen mit. Also ganz, ganz spannend ist aber auch so eine geschichtliche Entwicklung, weil dieses, wir wollen in diesem Boulevard blättern, was über irgendwelche Schauspielerinnen, Schauspieler und ihr Privatleben lesen, das ist gar nicht so alt, das hat auch wirklich teilweise Rupert Murdoch mit The Sun und so mit zu verantworten, der in den 60er Jahren irgendwann festgestellt hat, okay, was News angeht, da läuft uns jetzt gerade so ein bisschen das Fernsehen den Rang ab, wir müssen uns jetzt irgendwas Neues überlegen und dann wurden diese Blätter eben mehr so diese Celebrity-Meldungen und das Ganze hat sich ja dann gerade in Großbritannien rasant entwickelt und auch gerade was die Royals angeht bis hin in die 80er und dann eben auch die 90er auf der Jagd nach Lady Di, also wo dann wirklich, wir wissen es alle, eine Jagd stattgefunden hat, wobei natürlich auch sie teilweise die Medien durchaus geschickt genutzt hat und ihre Öffentlichkeit auch geschickt genutzt hat, das ist sicherlich auch auf der anderen Seite klar, aber eben auch massiv in ihrer Persönlichkeitsentfaltung und in ihrem Privatleben gestört wurde und nach ihrem Tod als dann wirklich auch die ganz normalen Britinnen und Briten auf der Straße die Medien verantwortlich gemacht haben für ihren Tod und wirklich teilweise Journalisten auch angegangen haben auf der Straße, da hat man sozusagen den Berufskodex auch gerade auf Seite der Redakteure massiv nochmal verschärft, weil die Redakteure letzten Endes diejenigen waren, die die Fotos gekauft haben, die das alles abgedruckt haben, die sozusagen den Markt bedient haben und die sind sehr in Verantwortung genommen worden, also die waren dann für eben solche Jagdszenen quasi verantwortlich, selbst wenn sie von Freelancern unternommen wurden und es war irgendwie ein Rückgang des Teleobjektivs erstmal, aber das hat sich dann irgendwann auch wieder totgelaufen, als dann nämlich die Söhne irgendwann erwachsen waren, hat man dann gesagt, okay, man will aber doch wieder mehr über deren Privatleben erfahren und dann kamen halt diese ganzen Skandale gerade von Harry und schwupp war die Presse wieder so, wie sie einmal war und hat dann eben versucht auch das Privatleben an die Öffentlichkeit zu zerren. Also man hat kurzfristig mal was daraus gelernt, aber eben nicht langfristig. Ich glaube dir absolut, dass das mega zugenommen hat, aber wenn ich sehr historische Fälle recherchiere, stoße ich auch über Berichterstattung aus Ende des 19. Jahrhunderts und eine Sache, die mir in dem Kontext eingefallen ist, ich weiß die Details nicht mehr. Über den Adel wahrscheinlich. Auch, genau. Die Briten waren schon immer sehr, sehr frech, was die Obrigkeit angeht, auch in der Presse. Und nicht nur die Briten, auch die US-Amerikaner, weil ich habe diesen einen Fall, wie dem auch sei, einen Fall recherchiert, wo es unter anderem darum ging, dass eine Zeitung berichtet hat, dass eine junge Frau, die verlobt war, also ein Teenager, dass die eine Pyjama-Party in ihrem Haus mit anderen Mädchen aus gutem Hause veranstaltet hat und sie sind nachts in ihren Pyjamas im Garten angeblich rumgelaufen. Das war ungefähr so wie heutzutage Nacktbilder auf dem Level von unehrenhaft und tatsächlich ist der Verlobte dieser jungen Frau zu dem Zeitungsverleger und hat auf ihn geschossen und wurde freigesprochen, weil die Ehrverletzung durch diesen Artikel so groß war, dass es gerechtfertigt war. Ich muss die Details doch mal nachlesen. Das war Ende des 19. Jahrhunderts in den USA. Mir ging an der gleichen Stelle auch die National Police Gazette durch den Kopf, die in den 50er Jahren unter anderem dadurch aufgefallen ist, dass sie diese ganzen Neu-Schwabenland-Geschichten das erste Mal hochgekocht hat, die aber eine Geschichte hat, die zurückgeht bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts und die eigentlich von Anfang an und im Prinzip ist das ein Phänomen, dass es so alt wie Tageszeitungen sind, Mitte des 19. Jahrhunderts schon einen Journalismus gemacht hat, der zum allergrößten Teil aus erfundenen Geschichten bestand. Aber so getan hat, als wäre es echt, als nicht wieder Postillon, sondern... Nein, also nicht wie der Postillon, aber so wie jetzt heute der National Inquirer oder... Ja, also dieses Genre gibt es bei uns gar nicht so. Die Bild-Zeitung geht immer mal so ein bisschen da rein, aber ganz so schräg will sie dann doch nicht werden. Aber das hatten wir in der letzten Journalismus-Folge glaube ich auch drüber gesprochen, also über diese Entwicklung vom Flugblatt und der Flugschrift, also wirklich das Flugblatt, was beginnt mit dem Kalb, mit den drei Köpfen und so weiter und dem Braten des Kaisers und dann irgendwann bei News über den Pfähler, Vlad Rakul und die ganzen Leute, die er aufgespießt hat, irgendwie aufhört, dass das natürlich, also dass der Boulevard quasi die Entwicklung des Mediums von Anfang an begleitet hat. Kontrollierter Wahnwitz schreibt, in der Region Liverpool wird aufgrund einer Berichterstattung über die Hillsborough-Katastrophe die Sun bis heute nicht mehr gut verkauft. Die Verkäufe sind auch gerade dann nach Dianas Tod nochmal richtig eingefallen. Das ist echt interessant. Aber es hat sich nicht wirklich also gehalten, also es ist nicht so, dass jetzt seitdem Boulevard-Journalismus geächtet ist, also es wird halt immer mal wieder thematisiert. Also die National Police Gazette, ich habe es gerade nochmal gesehen, Entschuldigung, dass ich dich gerade unterbreche, war ein zentraler Faktor für die Entwicklung des amerikanischen Boxsports. Das war so deren großes Thema, worüber die viel berichtet haben. Also neben halt irgendwelchem Unsinn und irgendwelchen Schießereien im Wilden Westen und lauter so ein Zeug. Was machen wir jetzt? Haben wir jetzt eine Erkenntnis? Hat irgendwer für euch eine Erkenntnis? Nein, wir können jetzt nochmal Felix fragen, der ja jetzt in diesem sehr schwierigen Feld unterwegs gewesen ist, investigativ gearbeitet hat, moralische Abwägungen vorgenommen hat, die Rollenspiele vorgenommen hat. Jetzt können wir nochmal mit dir sprechen, Felix, jetzt bist du raus aus dem Betrieb. Du hast das Startup hier gerade schon nochmal angekündigt. Jetzt macht ihr was anderes. Also jetzt, also CumEx, im Grunde genommen so wie ihr es gemacht habt, da wart ihr ja auch schon die guten TM, aber jetzt seid ihr die noch besseren. Vielleicht magst du nochmal beschreiben, was ihr macht und warum du das jetzt machst. Ja und vor allem auch im Kontrast zu dem, was du vorher gemacht hast. Genau. Ja, ich versuche es mal. Also, wir heißen Flip so und wir sind im Moment ein zweiwöchentlicher Newsletter, den man unter www.letzflip.de abonnieren kann und was wir da im Moment machen, ist, dass wir jedes Mal eine ganz konkrete Idee vorstellen, die die Wirtschaft besser machen könnte. So, das kann mal ein Produkt sein, das kann eine Petition sein, das kann eine theoretische Idee sein. Und die gucken wir uns dann schon kritisch an, sprechen mit den Machern, sprechen mit unabhängigen Experten, taugt das was und so weiter. Und am Ende kann dann der Leser des Newsletters entscheiden, ist die Idee jetzt ein Flip oder ein Flop? Also nicht wir als Journalisten entscheiden das, sondern die Leser entscheiden das. Also auch da sind wir so ein bisschen auch wir wollen ja ein bisschen was zum Guten besuchen. Aber weil du jetzt die Wirtschaft sagtest, sei mal ein bisschen konkreter oder beispielhafter, was genau für Dinge das sind, die ihr euch da anschaut? Also in unserem ersten Newsletter haben wir uns zum Beispiel Schokolade angeguckt und da haben wir uns die Schokolade von Tony Schokoloni angeguckt und zwar war das da so, dass ein niederländischer Journalist, der hat in der Schokoladenindustrie recherchiert und hat dann festgestellt, eigentlich in jeder Schokolade steckt Kinder- und Sklavenarbeit und das hat er gesagt, das kann doch nicht sein und das muss doch möglich sein, eine Schokolade zu machen, die frei von Kinder- und Sklavenarbeit ist und daraufhin hat dieser Journalist diese Schokolade gegründet, Tony Schokoloni, mit dem Ziel, die Kinder- und Sklavenarbeit in der Schokoladenindustrie abzuschaffen und dann haben wir uns das eben ganz genau angeguckt und haben uns angeguckt, was machen die, taugt das wirklich was, ist das einfach nur Marketing, weil sich das gut verkaufen lässt oder haben sie tatsächlich schon etwas zum Guten bewirkt, also das ist ein Beispiel für eine Idee. Wir haben uns aber auch mal, ja? Ganz kurz, Herr Dove, weil das Thema finde ich ja gerade wieder spannend, also Kinder- und Sklavenarbeit, wahrscheinlich wegen Anbau der Kakaobohnen, also dass da das vorkommt, wahrscheinlich nicht in den Fabriken in den Niederlanden, würde ich jetzt mal vermuten. Die Plane auch noch was vor der Kakaobohnen. Genau. Und ist das jetzt so, also haben die da eine faire Plantage, weil wenn du dir natürlich im Supermarkt Schokolade anguckst, auch Schokolade die absurde Preise aufruft am Regal, da kleben irgendwelche Label drauf, die dir ja das gute Gefühl geben, wenn ich diese Schokolade... Stopp, Alexander, wenn ihr das wissen wollt, geht auf, wie heißt die Website? Let's Flip.de. Und lest euch den Artikel durch, den kann man dort finden, oder? Oder muss man da was zahlen? Umsonst. Umsonst. Geht auf let'sflip.de Es ist kostenlos, es ist nicht umsonst. Es ist kostenlos, genau. Und Alexander, auch du kannst das ja im Anschluss dann einfach tun. Ich hätte auch gar nicht geantwortet, aber... Nein, weil... Ich wollte nur ganz kurz, ich habe ja schon den Newsletter abonniert und bin noch unterwegs. Ich dachte, dass es die Zuschauerinnen und Zuschauer interessieren. Ja, natürlich, aber ich wollte doch, Alexander, ich wollte doch auf das langfristige Ziel hin. Denn wir wollen ja den Felix und seine Partner in irgendeiner Form innen dazu bewegen, dass sie vielleicht mal mit uns zusammen entweder eine Ferngesprächssendung oder eine Serie von Ferngesprächspecials oder irgendwas anderes oder Flip auf Twitch oder sonst was machen, wo wir über solche Dinge reden, damit wir ein bisschen aus der Verantwortung genommen werden, die ihr uns seit eineinhalb Jahren vorhaltet, nämlich diesen fucking Einkaufsführer zu machen, den wir nicht machen können, weil wir... weil es nicht geht. Und jetzt haben wir da den tollen Felix gerade und wir müssen ihn, also wie gesagt, noch ein bisschen... Also wir müssen miteinander reden, sagen wir es mal so und mal überlegen, wie das geht, ob es geht und Felix, der sich schon riesig freut gerade. Nochmal. Aber vielleicht... Ja eben, vielleicht wäre es ja so, dass das vielleicht auch für Flip ganz gut ist. Das kennst du ja, wenn man zu der Band sagt, hey, wir haben keine Gage, aber dann sehen euch Leute hier in meinem Eiskaffee. Dann weißt du, welche Band du kriegst. Genau, Flip oder Flop. Und naja, also zumindest vielleicht wäre es auch mal wenigstens eine Ferngespräch-Folge oder irgend so was, wo wir die Möglichkeit haben, ein bisschen aus unserer Schuld rauszukommen und gleichzeitig eine sehr fundierte Infos zu bestimmten Dingen zu bekommen. Darum möchte ich dem jetzt wirklich ungern vorgreifen. Alles gut. Ja, genau. Felix, du musst jetzt nichts sagen. Vielleicht ist es auch besser, wenn du jetzt nichts sagst. Ich drehe sehr gern in deiner Band auf. Oder bin ich dann die Band oder sind wir zusammen? Welches Instrument hast du denn? Nicht ganz ein bisschen Gitarre, aber es ist... Dann bist du der beste Gitarrist, den wir haben. Sehr gut. Sebastian, wie sieht es denn bei dir aus? Du hast ja schon relativ am Anfang gesagt, du bist eher vorsichtig. Daraus schließe ich jetzt, dass, wie soll ich sagen, dass dein Karma, zumindest wenn du das jetzt von dir selbst so betrachtest... Tommy, ich muss jetzt aber gerade mal, jetzt wissen wir nicht, was mit der Schokolade ist. Nein. Ich habe meine Frage noch nicht beantwortet. Sebastian, du darfst gleich. Ich würde jetzt gerne von Felix noch mal wissen, wie der Unterschied... Was mit der Schokolade ist? Nein, wie der Unterschied bei der Arbeit von Flip, also in einer freien Start-up, versus einer Redaktion ist. Also wenn wir jetzt nicht das mit der Schokolade verraten, die abonnieren jetzt übrigens alle die Seite und lesen nebenbei, Tommy, und passen hier nicht mehr auf. Ich will es ja nur gesagt haben, ich sehe es hier im Chat. Da klingeln bei euch die Postfächer. Aber der Unterschied noch mal, Felix, also wenn wir auch über Ethik und Moral sprechen, also das ist jetzt ja hier gerade zu sagen, jetzt haben wir die Steuerdiebe, die uns alle geschädigt haben, ja, und jetzt sagt aber einer, er macht gute Schokolade. Ist das eine Bordführung für dich oder was ist anders jetzt? Ja, also ich würde so sagen, wir haben uns die letzten Jahre da mit Cummex und bei der Zeit und beim NDR, wo Christian war, ja immer sozusagen darauf eingeschossen, was läuft schlecht. So, jetzt haben wir bei Flip mal zum Anfang in diesem Newsletter quasi das Gegenteil versucht und geguckt, was gibt es für gute Ideen und schauen uns die aber auch kritisch an und entlarven dann auch Greenwashing und so weiter. Und was wir, wo wir eigentlich mal hinwollen, ist, dass wir es miteinander verbinden. Also, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt Cummex recherchieren würde, dann würde man Cummex aufdecken und würde danach, dann aber nicht aufhören, danach, sondern fragen, okay, wie kriegen wir es denn jetzt hin, dass sowas in Zukunft nicht wieder passiert? Also, dass man sozusagen den Brückenschlag schafft, dass man nicht sozusagen nur so, hey, Hippo, das ist alles toll, Journalismus macht, aber auch nicht den Journalismus, der immer nur draufhaut und sagt, böse, böse, böse. So, das ist die Idealvorstellung und natürlich ist im Moment noch ein großer Unterschied, dass wir ein mini, kleines Startup sind, das irgendwie im Moment durch Förderung und so überlebt und wir noch nicht alles realisieren können, was wir gerne machen wollen, auch wenn wir jetzt mit großen Medienpartnern zum Teil kooperieren, aber wenn du mich fragst, wo ich mal hin will, dann ist es eigentlich beides weiterhin so wie bei CumEx draufhauen, aber dann nicht aufhören, sondern auch gucken, wie wird es besser. So weiter draufhauen, nein, ja, habe ich verstanden. Let's flip.de abonniert den Newsletter, der ist gratis und sehr erhellend. Zurück zu dir, Sebastian. Danke. Du hast vorhin gesagt, du hast vorhin gesagt, dass du sehr vorsichtig bist und daraus habe ich jetzt geschlossen, dass deine Karma-Punkte nicht ins Minus gehen, zumindest aus deiner eigenen Betrachtung. Gibt es bei dir eine ähnliche Situation, dass du, oder vielleicht auch darüber nachdenkst, oder vielleicht machst du auch schon irgendwas, was du gerne auch hier erzählen kannst, um, na gut, das ist jetzt bei dir keine, äh, 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 kein Gegengewicht oder sowas, aber gibt es irgendetwas, wo du sagst, das mache ich jetzt außerhalb von diesem, äh, von dem Job, den ich da habe und da mache ich das so, wie ich das möchte und zwar aus dem Grund XY? Ähm, nee, ich glaube, der Journalist ist uns der beste Beruf, den ich mir für mich vorstellen könnte, wenn man neugierig ist, wenn man in verschiedene Sachen reingucken kann, wenn man sehr, ähm, sich für verschiedene Sachen interessiert, ähm, Abwechslung mag, dann ist das, kann ich mir nichts anderes vorstellen. Also, ich bewundere das, was du gemacht hast da und wünsche dir sehr, sehr viel Glück damit. Ähm, aber alleine die Vorstellung, was du da für eine, die ganze Logistik, die du machst, die ganzen Rechnungen, die du schreiben musst, ein Horror wäre das für mich. Also, ich wäre für sowas nicht geboren. Die Rechnungen, die du schreiben musst, wo kommt das jetzt? meinst du jetzt die Buchhaltung, oder? Ne, alleine schon, ja, schau mal, er saß da gerade in diesem Büro und dann ist dein Computer gefreeßt, ne? Ja. Ich wähle dann die 13200 und dann kommt ein netter Mensch und bringt mir ein neues Kabel und er, er muss das selbst organisieren. Also, ich wäre da, pfff, Sebastian, bist du die einzige Firma auf der Welt, wo, wenn man die IT ruft, ein netter Mensch kommt? Ich geh zum Tagesspiegel, sofort. Die sind super, also, das muss ich vielleicht nochmal heute erwähnen. Gerne. Gegen das Klischee. Gegen das Klischee. Als ich heute hier ankam, ging wirklich gar nichts und dann habe ich ein bisschen an und aus gemacht und dann stellte sich heraus, dass ein Hund, der hier war, das Computerkabel durchgebissen hatte und dann ist also tatsächlich noch von der IT runtergekommen und hat ein neues gebracht und ich habe noch nicht mehr Ärger bekommen für. Super. Schraubenmade schreibt, hey, nix gegen ITler. Schraubenmade, da muss ich dir ganz klar sagen, das Klischee von ITlern, das existiert nun mal und es existiert nicht jetzt völlig aus dem Blauen heraus, aber selbstverständlich gibt es großartige ITler. Wir zum Beispiel haben bei uns in der Firma wirklich super Leute, die aber jetzt nicht speziell nur das sind, aber das Klischee von dem Typen, der sagt, wieso willst du schon wieder eine schwarze Druckerpatrone? Ich habe dir doch vor vier Jahren erst eine gegeben. Das gibt es nun mal und das Klischee, was ich vorhin auch in der Vorbesprechung gesagt habe, das ist häufig auch Selbstschutz. Das ist mir scheißegal, wenn ich sage, entschuldige, meine Maus funktioniert nicht mehr und der sagt, du musst einfach mal da unten aufmachen und die Kugel wieder sauber machen, dann ist das ein Zeichen davon. Da muss ich auch einmal kurz eine Lanze brechen, weil in dieser furchtbaren, ich sage immer, Anstalt des öffentlichen Rechts, in der ich mal gearbeitet habe, neun Jahre lang, wenn man da mal es kurz nett haben wollte, mit coolen Leuten reden wollte, dann ist man zu den ITlerinnen und ITlern runtergegangen und hat da eben kurz Zwischenstationen gemacht. Aber nicht, wenn du ein Problem hattest, was gelöst. Nein, um Rollenspiel, Computerspiel, man konnte sich super unterhalten und man hat viel gelacht, mal fünf Minuten lang und es war irgendwie mal nicht so schlimm. Es sind, ich glaube, es gibt auf beiden Seiten sehr viele Missverständnisse und bei mir war der Punkt, wo ich connected habe, als ich mal mit ITlern zusammen Paintball gespielt gegangen bin und das hat Brücken geschaffen. Ja, und seitdem. Und, Tommy, übrigens, es gibt ja auch Leute, die sagen, das geht nicht und dann sagt er, was geht denn genau nicht? Also da würdest du natürlich auch wahnsinnig werden, also das habe ich selber auch oft genug erlebt, weil ich dann der Kollege war, der sich auskannte. Natürlich, um Gottes Willen. Also ich meine, gerade diese Situation, wir haben es schon so oft gesagt, ich sage es immer wieder und man muss es auf Schwäbisch sagen, ich weiß gerade mal, wie man das einschaltet. Diese Art von Menschen, die dich natürlich als ITler in den Wahnsinn treiben, aber das Klischee eines ITlers in meinem Kopf, in eurem nicht, das ist total okay, ist ein unwilliger, grummeliger Mensch, der ganz viel Equipment in einem abgeschlossenen Schrank hat und niemand darf es haben. Ich habe mir ganz fest vorgenommen, wenn Flip mal super erfolgreich ist und wir ganz viel Geld haben, dann werben wir die ITler vom Tagesspiegel ab. Das ist jetzt so der neue Plan. Und ich erinnere mich, da träumst du von, ne? Da träumst du von, ja? Da träumst du von, da träumst du von. Gibt es denn aus eurer Sicht noch irgendwas, irgendeine Seite, einen Blog, ein Buch oder mehrere Bücher oder irgendwas, was zu dem Thema spannend wäre, was man sich mal anschauen könnte oder vielleicht auch eine besondere, eine Großtat an Journalismus, die ihr empfehlen möchtet? Die Good News App würde ich gerne mal empfehlen. Ja, super. Finde ich toll. Positive Nachrichten. Habe ich auch. Total gut zwischendurch. Okay, und wenn ihr ein bisschen Geld übrig habt, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen Stefan Niggemeier und sein Übermedien, die das sehr gut, seit über Jahre jetzt schon, Ethik im Journalismus analysieren, dokumentieren, auch immer wieder im Presserat arbeiten und auch hier oft erwähnte Zeitungen vor den Presserat bringen. Ja, Übermedien. Good News heißt die andere, Übermedien heißt das andere. Ich habe das hier. Das ist mal hier in diese Kamera. Genau. Das möchte ich mal einfach empfehlen. Ich habe ein paar Sachen drin gelesen und war so schockiert, dass ich es wieder weglegen musste. Und allein das hat mich schon meta-schockiert, dass ich mir gedacht habe, ich lese jetzt gerade über eine Zeitung, was die so anstellen und bin so schockiert, dass ich habe dann tatsächlich, ich habe die Bild ausgeblendet, übrigens bei mir bei Twitter, komplett blockiert. Das ist wahrscheinlich jetzt auch nicht richtig aus irgendwelchen Gründen, aber ich halte es einfach nicht mehr aus. Darum jetzt hier ein Buchplug, shameless plug, da ist es noch hier. Walter Wallraff ist übrigens vom Presserat gerübt worden, als er sich undercover in die Bildzahlung eingeschlichen hat, weil undercover darf man auch nur unter ganz bestimmten Umständen machen. Kurze Pause. Ich halte mal hier auch was in die Kamera. Ja, gerne. Hier noch, weil wir so über guten Boulevard-Gournalismus vorhin gesprochen haben. Hängt zum Beispiel die, kann man das so vernünftig lesen? Das ist die Mopo. Kann man das lesen? Ja. Da steht da, jetzt zittern die Gearbunker. Das geht hier tatsächlich um Cum-Ex. Aber ich finde tatsächlich, dass die Mopo das manchmal ganz gut hinbekommt, Boulevard zu machen, der nicht unter die Gürtellinie geht und trotzdem diesen, wie soll man sagen, dieses Boulevard hier hat. Boulevard-Desk heißt es ja, ne? Boulevard-Desk, danke. In der Aufstellung mit elf Rügen seit 1986 auf letzter Position und ich stimme dir zu, die Mopo hier in Hamburg, also wenn es denn schon Boulevard sein sollte, dann kauft man sich besser die Mopo als das nicht das andere. Lydia, du hast so viele Bücher, dass du manchmal Schwierigkeiten hast, in der Wohnung zu navigieren. Gibt es da irgendeine Empfehlung im Bereich Journalismus oder vielleicht auch Moral oder Ethik oder irgendetwas, was dir einfällt, was du gerne ins Bild halten würdest? Von Bernd Harder muss es sein. Also da gibt es einige, aber ich wollte gerade sagen, die sind im anderen Westflügel. des Anwesens. Aber könntest du nicht vielleicht deinen Butler schnell dorthin schicken, dass er mit dem Auto in den Westflügel fährt? Oder Mondelchen oder so. Ja, der ist ja gerade unterwegs. Mit so einem kleinen E-Mobil. Ach so. Ich dachte, mit so einem Bücherwagen. Nee, 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 es muss motorisiert sein. Bücherwagen nur, wenn er auch quietscht. Das ist ganz wichtig. Also gibt es von deiner Seite nichts, was du... Was ich so spontan jetzt wirklich herleiten könnte. Da müsste ich nochmal etwas genauer da hinten, wirklich jetzt da hinten in der Ecke recherchieren. Um Gottes Willen. Das wollen wir nicht. Alexa, Alexander, habt ihr mal eine Hochsiller-Folge zu irgend sowas gemacht in der Richtung? Wir machen keine Hochsiller-Folge. Naja, also ich denke die ganze Folge schon darüber nach. Also ich könnte jetzt natürlich sagen, ich würde das Interview mit Dr. Axel Stoll empfehlen können als Aufbereitung. Ich habe da lange darüber nachgedacht, weil Felix das ja beschrieben hat. Da war es ja so, dass wir einen Verschwörungsideologen interviewt haben. Und wir sind dafür ja auch sehr angefeindet worden, weil wir... Also uns wurde unterstellt, wir hätten jemanden vorgeführt, wir hätten jemanden unter falschen Voraussetzungen zu einem Interview gebracht. Und was wir ja überlegt haben, lange im Vorfeld, da haben wir sehr lange für recherchiert für dieses Interview, war die Frage, wie interviewen wir jemanden? Konfrontieren wir jemanden? Also in dem Moment war die erste Aussage, also sagen wir mal, die erste Relativierung des Zweiten Weltkrieges vornimmt, hackt man rein und dann ist das Interview nach zehn Minuten vorbei. Oder machen wir das, was wir dann am Ende getan haben und gehen so diesen Gedankenweg dieses Menschen mal mit, um zu verstehen, wo sind denn die Gedankenbahnen? Und wir haben uns dann für das Interview selber für den letzteren Weg entschieden und haben dann ja im Buch am Ende, glaube ich, 183 Fußnoten gehabt. Also da gibt es ja Seiten, wo wirklich mehr Fußnoter auf einer Seite steht als Text des Interviews, weil einfach auch, sagen wir mal, Menschen, die Gräueltaten begangen haben, Offiziere der SS, mit so einem lapidaren Nebensatz als netter Typ beschrieben werden, wo man beschreiben muss, dass die einfach mal 300 Leute an einem Tag haben erschießen lassen, die vollkommen unschuldig waren, weil man die Dimensionen des Gesagten sonst nicht versteht. Und das ist eine geschwärbste Stelle oder zwei? Es gibt zwei Stellen, die wir nicht abgedruckt haben auf juristischen Rat, weil es da tatsächlich Volksverhetzung oder antijüdische Aussagen waren, für die dann der Herausgeber des Buches auch mithaftet. Also in dem Fall wäre es der Verlag gewesen. Das wissen Leute immer nicht, die dann sagen, das hat doch jemand anders gesagt im Interview. Wenn man diese Aussagen in den Umlauf bringt, werden wir dafür auch in die Haftung genommen. Und da haben wir ja sehr lange dann auch drüber nachgedacht, was machen wir mit dem Interview? Weil wir haben das geführt, weil wir wollten auch diesen Menschen sagen wir mal einmal verstehen und die Gedankenwelt verstehen. Hatten dann dieses Interview und es war klar, das können wir nicht drucken. Und dann haben wir angefangen und gesagt, gut, was müsste man denn mit Fußnoten passieren? Dann hatten wir 180 Fußnoten, was ein kompletter Irrsinn war. Und dann haben wir ja, hinterher gibt es ja, es gibt ja auch einen Film, eine Stunde einen Zusammenschnitt dieses Interviews, wo wir dann ja unter anderem Holm zum Beispiel als Experten genommen haben, wo es dann den Talking Head-Experten gibt, der dann auch wieder die Aussagen eingeordnet hat. Und das ist ein ganz schwieriger Um, Umgang gewesen. Und wir haben damals dem Interviewpartner Dr. Axel Stoll, der inzwischen verstorben ist, gesagt, wir führen ein biografisches Interview und haben tatsächlich da gesagt, wir wissen noch nicht, wie wir dieses Interview aufbereiten werden. Und dann war die Aussage seinerzeit, das ist in Ordnung für mich, machen Sie das? Ich möchte nur, wenn Sie was machen, möchte ich das gerne haben. Und tatsächlich ist es so, dass das erste gedruckte Exemplar, was vom Verlag dann kam, nach Berlin ging. Das hat er bekommen, der fand das natürlich nicht gut. Aber das war tatsächlich die getroffene Absprache im Vorfeld dieses Interviews. Und ich werde oft gefragt, ob wir sowas heute nochmal machen würden. Meine aktuelle Aussage ist, ich weiß es nicht. Ich bin mir sehr sicher, dass wir da sauber gearbeitet haben. Es war ein Relativierer des Zweiten Weltkriegs. Es war jemand, der antijüdische Dinge verbreitet hat, im Grunde genommen, der alle Verschwörungsideologien auf sich vereint hat. Also auch jemand, wie du gesagt hast, Felix, da konnte ich mich wiederfinden, mit dem man eigentlich kein Mitleid haben darf, der aber natürlich in so einem dreistündigen Interview und in so einem sechsstündigen Tag auch ein Mensch ist, ein Dreidimensionaler, der auch nett sein kann, wo du auch plötzlich so etwas wie Empathie oder so fühlst. Und insofern, weil du das, oder Alexa gesagt hat, wir machen keine Uxilla-Folgen mehr, das machen wir natürlich noch. Aber ob ich so ein Interview nochmal machen würde, weiß ich nicht. Aber wir hatten den Plan, bevor er dann ja auch gestorben ist, den Riki Gertama zu interviewen. Zum Beispiel. Der Germanischen 9. Warum würdest du das nicht mehr machen? Darf ich da nochmal nachhaken? Also ich würde jetzt aus meiner Sicht sagen, wir haben dir alles richtig gemacht sozusagen. Weil es so furchtbar viel Arbeit war am Ende. Also weil es einfach, bei einem sehr langen Zeitraum sehr viel Platz im Leben eingenommen hat. Und ich bin ja tatsächlich, ich habe ja einen normalen Job immer gehabt, neben allen publizistischen Dingen, die ich mache. Deswegen, ich bezeichne mich ja selber auch immer, wo es nicht als Journalist, ich sage mal, ich bin Publizist, weil ich mir einbilde, dass ich schreiben darf, was ich will. Ja, aber ist es nicht auch so, dass du, dass die, dass das schon auch ein Produkt seiner Zeit war, was ihr da gemacht habt? Und ich weiß nicht, also jetzt sagt der Felix, ihr habt alles richtig gemacht, was ich ja einen Ritterschlag finde und super. Vielen Dank, ja. Trotzdem habe ich den Eindruck, du würdest es vielleicht doch ein bisschen anders heute angehen. Einfach, also. Ich glaube, also was wir nicht gemacht haben, und das ist mir ganz wichtig, dass man solchen Menschen nicht eine, eine unwidersprochene Bühne bieten darf. Genau. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sie keine Strahlkraft entwickeln lässt, in jeglicher Auseinandersetzung mit ihnen. Ich erlebe gerade auch im Netz, auch viele YouTuber oder Portale, die das sehr, sehr unkritisch tun. Die sagen, ich bin kritischer Journalistin, ich bin kritischer Journalist, ich lade mir kontroverse Leute ein, dann aber nicht genug Fläche bieten. Ich glaube, der Trick war in der Situation, und das ist der Unterschied zu vielen, die sagen, ich rede ja auch mit diesen Menschen, aber ich bin ja total kritisch, die dann aber scheitern an diesem kritisch sein, dass wir gesagt haben, wir zeichnen das auf, bewerten es hinterher und gucken dann, was wir damit machen, und ordnen es ein, und veröffentlichen es dann. Wenn du natürlich in einer Live-Situation bist, wo du jetzt jemanden, der total kontrovers ist, vor die Kamera bittest und sagst, ich bin jetzt aber ein so guter Journalist, ich bin so kritisch und so auf Zack, ich kann dieser Person direkt im Livestream Paroli bieten. Also es gibt Leute, die können das. Gerade eine Journalistin, ich weiß nicht mehr, wie sie hier heißt, die irgendwie ein Interview mit Trump geführt hat und die ihn total vorgeführt hat vor laufender Kamera. Die war echt auf Zack, die Frau, die war super. Aber das ist doch die Ausnahme. Und die, die sagen dann, ich bin total kritisch, bieten den Leuten aber, anstatt wirklich Kritik zu äußern, eine Bühne. Und das darf halt nicht passieren. Das heißt also, im Zweifelsfall, wenn du denen nicht sicher bist, ob du das wirklich hinkriegst, musst du so ehrlich sein, zu sagen, okay, es ist vielleicht besser, wenn man das aufzeichnet und das dann kommentiert. Alexa, jede Person, die sagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich das hinkriege, ist noch diejenige, die ich am ehesten dafür geeignet fände. Jede Person, die sagt, wieso, na klar kriege ich das hin, der würde ich sagen, ein kurzes Film, bitte lass es. Bitte lass es sein. Oder so. Also ich denke, man muss natürlich auch sagen, zu der Axel-Stoll-Geschichte, das war natürlich so ein bisschen, es hat darum gelitten, dass er dann so schnell erst mal aus der Öffentlichkeit verschwunden ist und dann auch gestorben ist. Weil wenn die Situation, wenn die Auseinandersetzung mit diesem Axel-Stoll auch als Internetphänomen länger angehalten hätte, dann wäre das natürlich viel, viel wichtiger gewesen und hätte einen ganz anderen Stellenwert auf die Dauer noch gehabt, als es das jetzt ist, wo es sozusagen eher, sagen wir mal, ein Buch über ein skurriles Phänomen der Vergangenheit ist. Ja, also da wäre es natürlich hochspannend gewesen, was jetzt in der Corona-Pandemie um ihn, seine Persönlichkeit und diesen Verschwörungsstammtisch, den er da gab. Ich habe so eine Vermutung. Also das ist natürlich so. Trotzdem ist es ja im Grunde genommen so, deswegen verweise ich da noch mal drauf, wer sich an diesen Themen interessiert. Also da hat man tatsächlich mal so nachgezeichnet, wie so jemand dann auch gedacht hat und auch zum Teil gefühlt hat und gleichwohl es einzuordnen, waren halt 183 Fußnoten. Natürlich auch, und das war es ja auch der erwähnten Namen und ich habe nicht alle SS-Größen parat gehabt. Ich bin kein Experte. Ich weiß noch, wie ich beim Schreiben gut und Wasser geschwitzt habe. Du hast gerade erzählt, als Feedback ganz kurz, hast du angedeutet, er fand es nicht gut. Was waren so seine Vorwürfe? Also dass ihr ihn verdreht habt oder was? Also es gibt ein YouTube-Viewer, das kann man sich angucken. Moment, es gibt doch ein Buch. Ich weiß nicht, was ist hier an. Also ansonsten schmieren Journalisten. Wir sind irgendwie, was ist die, Glückwunsch. Irgendwie so. Ich weiß auch nicht. Irgendwas mit Volksgesundheit und Gefährdung. Genau, wir waren irgendwie ein Geschwür am Arsch der Volksgesundheit, der deutschen Volksgesundheit. Ich glaube, das war so im Entfernen. Das kommt mal nach. Ein Geschwür am Arsch der deutschen Volksgesundheit. Ich schicke euch, wenn es euch interessiert, das Video findet man. Also das finde ich aber, das finde ich ja ein Lob aus dem Mund dann. Nein, Lydia, ich habe genau gesehen, dass du ein Buch geholt hast. Ich war jetzt wirklich unterwegs, weil ich hatte zwischenzeitlich ein paar Mal umsortiert und musste mich orientieren, wo es gelandet ist. Es ist ein Buch, auf dessen Rücken noch der Preis 11,50 Mark steht. Also ein aktuelles Werk. Heinrich Böll, die verlorene Ehre der Katharina Blum. Ich habe es total gerne in der Schule gelesen. Ja. Wow. Und ich dachte, wieso kam das denn heute noch gar nicht zur Sprache, wo wir so lange über Boulevard gesprochen haben, 1974, ne? Ja, da musst du jetzt schon kurz was dazu sagen. Also, da wird auch die Boulevard journalistische Arbeitsweise eben jenes Mediums, das heute sehr lang und ausführlich kritisch thematisiert wurde, auf eine ganz andere Art thematisiert, nämlich künstlerisch. Und da geht es auch darum, dass eben eine Frau hier mit den übelsten Methoden in eine falsche Ecke gestellt wird und so sehr, ja, zerstört wird als Person, dass sie auf eine sehr interessante Art reagiert. Aber ich möchte ja nicht spoilern, falls jemand dieses Buch lesen möchte. Vielleicht sollte man das Buch selbst lesen. Ich empfehle es, falls ihr es nicht in der Schullektüre hattet, was man haben sollte, meiner Meinung nach, aber keine Ahnung. Ja, der Weg des Kappes schreibt gerade, wir mussten, was musste er lesen? Wir mussten Ansichten eines Clowns lesen. Ja, das habe ich auch sehr gerne gelesen. Na schau, da hat er aber wirkt dahinter geschrieben. Ich glaube, er hat nicht den gleichen Geschmack. Okay. Okay, gut. Was haben wir, ich meine, es gibt natürlich, was heißt vergessen, es gibt so wahnsinnig viel, worüber wir uns unter diesem Metathema noch unterhalten könnten, aber hat irgendjemand noch das Gefühl, wir dürfen auf gar keinen Fall das Gespräch beenden, ohne noch XY gesagt zu haben? Dann finde ich, ich glaube, das ist das erste Mal, Alexander Holm, Alexander, das erste Mal, dass wir diese Situation haben, dass nicht doch jemand sagt, ja, da müssen wir noch mal eine eigene Sendung machen über. Naja, also ich glaube, was wir festgestellt haben, ist, dass das Thema Journalismus und Ethik oder Moral ja vielmehr, wie wir gelernt haben, was darf man, was geht gar nicht, dass das ein ständig zu verhandelndes Thema ist und was sehr von deinem Arbeitsplatz abhängt, von dir selber abhängt, von deinem eigenen moralischen Kompass, von dem Willen, auch dahin zu gehen, wo es ein bisschen schmutzig ist oder wo man sich auch mal einen blauen Fleck holen kann, bei so einer Recherche wie Felix, du dann beschrieben hast, da war sicherlich nicht alles nett, auf dem Weg, sowas aufzudecken und ich muss da mal viel drüber nachdenken, was ich heute alles kenne. Ich fand das super spannend. Stefanie Bruns schreibt gerade bitte eine zweite Sendung, da Lust der Witz ist, das ist die zweite Sendung. Das ist schon die zweite Sendung. Sebastian war bei der ersten dabei. Ich glaube, ich möchte gerne mal irgendwann über Moral sprechen in einer Meta-Meta-Meta-Meta-Meta, Sendung und einfach mal gucken, was dabei rauskommt. Ich habe keine Ahnung, was wir uns da vielleicht noch für Gäste dazuholen könnten. Vielleicht bleiben wir da einfach mal unter uns und schauen mal, was jeder von sich da für sich definiert. Finde ich, ja, auch. Also jeder, der sich für Moral gestellt hat, du kannst auch mal eine Pause machen. Du kannst ja zwischendurch dann immer sagen, also sich zurücklehnen mit deinem Tee und sagen, also, äh, weißt nicht, worüber er redet. Grumpy old man, mäßig. Ja, sieh dir, ja. Wir finden auch deine Moral, Holm, ich wühle so lange, bis ich sie gefunden habe. Holm, Gero, nee, fällt mir kein Wortspiel ein. So, wenn es soweit ist, dass uns kein Wortspiel auf Holm, Gero, Hümmler und irgendwelche Themen einfällt, ist es Zeit. Die fallen immer im Chat ein. Ja, das stimmt. Und schreibt doch mal, ob ihr mehr von Flip hören wollt. Das wäre ganz gut. Ja, ihr werdet sowieso mehr von Flip hören, das heißt, es ist eigentlich völlig irrelevant, aber wir freuen uns natürlich, wenn es auf fruchtbaren, äh, Boden stößt. Genau. Ja, aber beschlossen haben wir es eigentlich schon. Dan und Steffen freuen sich schon. Haben wir es denen schon gesagt? Nein. Das sind die weiteren Senderinhaber, Nein, das macht ja nichts. Gut, vielen herzlichen Dank, äh, an Sebastian und Felix. Das war super geil, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, wir haben euch nicht komplett vergrault, denn, äh, das Thema ist noch nicht durch. Okay. Jederzeit gern. Ach, jederzeit, alles klar. Wir brauchen eine zweite, zweite Sendung. Wir brauchen eine zweite, zweite Sendung. Wir trennen die zur dritten Sendung. Und wenn der Sebastian jederzeit sagt, dann machen wir die nachts um drei. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.